was ist denn jetzt hier angezeigt denn hier sehe ich das ist doch mit dem worte konnte ja so aktiven leute dafür dass man darf ja warum ist denn der bildschirm da drauf wir können meine sagen kann einfach klickern hier oben ist nicht der hier drauf dann geht schauer der könig ablaus für guten abend meine freunde heute wieder am team ich hoffe es kommt überhaupt einer vom stadt nicht bescheid dass ihr blau ist im blog und weiß es gar nicht und warum muss jetzt jedes mal bei den ländlichen scheiß dreckigen streamlips alles neu einstellen die gehabt gesehen hat bild war links ist also konnte ich abticken oder ich hoffe ich gucke mich da sind freunde ist hallo hallo durch die blume gesprungen ja nachher gehe ich noch kurze frage an euch aber jetzt ein paar mehr am stadt und wirklich die frage tausend mal stelle so jetzt hoffe ich mal dass die kommentare funktionieren das ist überhaupt gerade wo ich ein bisschen gedanken darüber habe ob das jetzt wieder funktionen geht jetzt sehe ich schon mal alle kommentare ich hoffe doch ist ja wo stefan lappi mikey alexandra fight back lukas marsel schönen guten abend oder habe jetzt was verpasst jetzt die scheiß kommentare aktualisiere es geht wieder nicht wieder für mich aus heute bitte nicht die kommentare funktionieren immer noch nicht glaube ich leute da kommt leute ne lasst das heute bitte nicht nee das packt doch ab kommt bitte das muss doch funktionieren jetzt hier michi grüßt die mein lieber maße servus lukas es geht nicht oder jetzt kommt auch immer noch nicht leute facebook ist so am abkacken alter ich will aktualisieren niemand mag gute namen guten morgen christian dennis ronnie dann ruhe grüße halt doch mit dem wetter los die auch im stream bemerkbar machen ich muss die kommentare wieder aktualisieren als ihre kommentare wieder nicht das kotzt mich gerade richtig an das kotzt mich gerade richtig doll an ehrlich also übel zur sorte ich kann ich jedes mal die kommentare wieder aktualisieren im stream im spiel selbst das heißt ich muss aus dem spiel raus tappen mitten im spiel und auf aktualisieren die kommentare sehe ja das passiert dann im spiel ja weil ja warum hast du immer so probleme mit den kommentaren facebook hat was gegen dich oder was ich habe immer probleme kommentaren hat jeder streamer gerade heute dicker dann ist mit mir zu tun junge was ist denn da los bei dir hallo wo bin thomas ich glaube du hast was hier mit thomas warum bist du so zu mir bist du so lange dabei bro und bist du so zu mir grüße 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 ich muss ja wieder das kommentar ich muss ja wieder aktualisieren ich war die ganze zeit nicht mehr hier verschreit leute pommes lücher grüße grüße boah alter diga ich bin schon wieder richtig ein im rohr junge ich bin jetzt in laufheit heute kriegt leider das hat typ noch zu klein für kommt nicht mit dem boden auf dem boden auf der dicke grüße ich thomas regler und du deines namens torsten servus ich hoffe euch geht es gut hamoudis ich hoffe euch geht es gut ne das kotzt mich mit den kommentaren das kotzt mich echt an das ich weiß nicht was ich anders machen soll ich könnte da noch einen browser probieren ich glaube das liegt nicht an dem browser aber bei allen dingen habt ihr gesagt geht es ja mit der facebook gaming app dieser facebook gaming app auf dem tablet hat nicht funktioniert ich glaube ich brauche mir jetzt nicht extra für das handy runterladen wird es genauso wenig gehen das ist halt abfuck ich freue mich halt wirklich ein der im teamspeak ist und die ganzen kommentare aktualisiert er mir ständig durchgeht was da los ist so ab jetzt lese ich gerade keine kommentare mehr weil die kommentarfunktion immer noch buggy ist von facebook tut mir leid leute so seid ihr bescheid wisst halt ich kann gerade nicht antworten ich sehe eure nachrichten nicht sorry for that dudes aber ich kann mir ganz kurz abaktualisieren drücken komm einmal machen wir noch aktualisieren komm einmal schaffen wir es noch ja geil jetzt haben wir ein graues bild wieder da ey facebook ist oh ich muss so locker bleiben leute ich muss so locker bleiben gerade facebook ist so ein tolles programm und so eine tolle partnerschaft so eine tolle website mein 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 zum glück bin ich facebookpartner geworden und hab meinen twitch von euch gekündigt oder zum glück guten abend lucio david daniel vanessa der chat läuft hier auch nicht daniel Dankeschön snaggy habt ihr jetzt ruhig alle 2-3 minuten oder 5 minuten rein snaggy brudi die leute bescheid wissen ich will eure kommentare nicht beantworten das hat nichts mit irgendwelchen streamern oder so das ist einfach facebook wieder und ich bin auch einer der wenigen die gerade sagen was sie denken und momentan geht man das richtig auf den sack digga mit dem scheiß ganz ehrlich hab ich euch schon mal erklärt gab wenn die mann fehler machen als facebookpartner zum beispiel einfach mal vergessen die musik auszumachen und das nur für 2-3 sekunden dann wird sie gleich wieder gesperrt die monetarisierung wird gesperrt du verdienst kein geld mehr und äh denn die mal irgendeinen scheißwer haben wir es nicht hin und da kriegst du ja auch nicht mehr oder weniger man beschwert sich ja auch keiner ich beschwer mich ja auch nicht gleich sofort ob ich sie mal auf den sack geht und schreibt ja auch einen support an vielleicht einfach mal ein bisschen mehr bei eigener Nase fassen wenn man selbst mal wieder was hat so jetzt werde ich ja noch mal kurz den chat aktualisieren um die kommentare von euch zu lesen ähm ähm nabend nick dankeschön snaggy ne doch nicht danke was ein haufen yes da sehe ich genauso Daniel jens nabend marco ist bei mir geht es wieder sehr froh schnucki sehr froh mein lieber ich zeig euch mal kurz was ich mit euch besprechen will und zwar geht es da um die andere seite bei teacher private da wollte ich dann fahrradweg hochladen den habe ich auch heute versucht zu drehen allerdings ähm weiß nicht ob die kamerainstellung so gut ist ob ich die kamera ich habe die kameras hatte die haben mir auf den kopf geklebt also ich bin zum sturm planten dicker ich bin voll arty durch die gegend gehockt die kennt mich hab ja kein problem damit und ähm wissen nicht ich habe immer das gefühl ich muss eine andere kameraansicht machen wieso das irgendein lenker hat und den reifen sieht vorne ich habe da Angst dass es dolle vibriert ich glaube wir müssen da echt so ein bisschen hin und her tendieren und gucken wie wird es am besten wie machen wir es am besten mit dem mit den vlogs was die fahrradtouren angeht und generell die allgemeinen vlogs ob mal die kameraansicht da ein bisschen wenn wir meist noch mal am lenker dran und versucht dann mit lenker noch mal zu fahren ich habe Angst dass es denn dazu dolle vibriert weil da wird es dann noch mehr als wenn ich es am kopf oder am körper habe das ist ja auch selbstverständlich aber jetzt am rahmen die vibration wahrscheinlich den shop nehmen wir mal mit so ich muss ja wieder aktualisieren ich vergesse es ja schon wieder dicker sind die kommen nicht ruhig Patrick grüß dich Svenny namen Michael schönen guten Abend brudi ich machen müsste eigentlich was kann ich auch nicht machen dass ich das fenster einfach ins stream rein ziehe bloß das kleine aktualisierungsfenster es geht ja auch nicht habt ihr die scheiße auch mitten im bild so viel kohle fehlt nicht mehr wir wissen aber übel weit ist mir gerade jetzt erst eingefallen dass wir so weit weg von der zone sind alter wir können auf jeden fall einkaufen haben wir vorne einen shop der da vorne hat ein jeep der ist cool ich nicht ich habe leider kein jeep Winden ja gut Winden haben wir hier drin als Berg ja ich glaube wir sollten dann mal losrennen dicker die zone fickt uns in zarten nein nein ich stehe mal mit einer zone aber wenn ich Kisten höre muss ich es ja aufmachen kennt ihr das? das ist noch richtig das ist ein Zwang ist da dicker einfach ein Zwanggefühl jetzt haben wir wenigstens dieses Kielflugscheiß da Tempoattacke Digga noch eine Bunkerkarte fickt mich doch fett alter digga was für ein geiler Ludjunge ich bin jetzt wieder die geheime Auge Leute die geheime geile Auge die macht sofort gerade ich habe mal mit dem Seil zu fliegen ja ja ich denke doch ich habe mal den Stream zu aktualisieren ich glaube nicht oder den Chat zumindest das wird ein bisschen zu late werden also nochmal für alle die gerade neu reingekommen sind die Leute absolut ähm momentan spinnt der Chat von Facebook das heißt ich kann auch Kommentare erst denn sehen wir nicht selber den Chat aktualisiere das ist natürlich immer während des Spiels ein bisschen bescheiden ich versuche das trotzdem alle paar Minuten zu aktualisieren dass ich auch Kommentare lesen kann aber seid mir nicht böse wenn es halt nicht so schnell geht Aufklärung ist unterwegs und ich halt nicht auf jedes einzelne Komite heute eingehen kann ich glaube das ist irgendwie morgen nur wie morgen ist Familientag aber übermorgen wieder hinaus der Rotz so jetzt können wir aktualisieren ganz kurz noch einmal na mit Michael hast du die Brille vom Optiker oder einfach so eine günstige zum Test bei Amazon gekauft die bei Amazon gekauft im Test das ist das ist eine Blaufilterbrille Bro hat nichts mit Optiker zu tun ich meine du kannst auch eine bei Optiker bestellen aber was witz das ist keine Brille mit Stärkwille das denkst Aldo in Mahlzeit Brian hat sein Zeugnis bekommen und wie sieht das Zeugnis aus mein Lieber Michael grüß dich hab ich hierher da draußen ich hab mich klebt Digga alter hab ich schon mal geträumt hab ich schon mal geträumt hab ich schon mal geträumt war noch da ist auch eigentlich noch eine Kiste gerade geordert Ups Sniper auf meinen fetten Nacken hm hm so warte geht's im Karton der hat hier angehalten der Dude wurde genau hier angehalten Digga mein Elm ist schon wieder räumt ich brauche erstmal reinkommen wieder erstmal reinkommen ins Nimmerland wollen wir mal kurz aktualisieren zack zack weiter geht's Gute Mahlzeit Alex Sascha grüß dich mein Lieber Carsten Schönen guten Abend Michael Schönen guten Abend schön dass ihr da seid ihr lieben Mäuse ich hoffe euch geht's gut lieben ihr lieben ihr lieben durchschnitt nochmal kurz am Hennessy Das Gas breitet sich aus am Hennessy energy Schönen paar es muss doch sein ich schieß noch irgendwo da hinten oder was Leute da wird doch geschossen ey schau doch die Wichser ach mal hinter Junge ach einfach mal hinter versuch mal einfach abzufangen er ist ausgestiegen mit seinem G weil er wird sein G wahrscheinlich wieder nutzen wollen wach Freunde meine Drohne ist aktiv ist scheiße kann von dem Dude kommen oder auch nicht ja dann will ich jetzt sagen die breiten pflanzen wieder ey dicker willst du mich rollen oder was ey dicker willst du mich rollen oder was so ein scheiß Noob Mann Junge ey so ein scheiß Noob Mann Junge ey die was kotzt mich grad so an schon mal kann ich noch durchdrehen Digga könnte ich grad sowas von durchdrehen Diggi ne ich spiel die AUG MW wieder bei die beam Diggi neun sind Daniel Guter Mann Meike heute keine Schicksaktualisierung die Schicksaktualisierung verstehe ich nicht Bro mir gehts gut nur wie gehts dir Bro namen Michael Christian vielen Dank für deine 5,20 und nicht deine Schnuckelhase wenn du hier gewinnst Diggi ich könnte schon mal was hier rein und Diggi aus der Runde wie gehts du wo es stammt denn mit mir es melzi wird gerne es melzi kann Diggi Diggi bleibt doch mal locker ich glaube immer dass wir selber reinkommen heute hm beruhigt euch mal ein bisschen hm sind wir gestorben irgendwo da hinten bei Torben das war ja da hinten ach du Geist noch ach du Gott ach du Gott du du liebe Neune Bahachi was soll man jetzt machen alter die Lupe noch anzufangen die Lupe noch anfangen hier ein bisschen wollen wir mal probieren aber die ist auch scheiße eigentlich ich versuche einfach jetzt hier hinten irgendwo zu lupen aber wir haben hier noch eine Lupe das ist natürlich ein gottloser Verein da unten aber wir probieren es trotzdem wie gehts euch ihr Lieben schön dass ihr da seid schön dass ihr da seid ich verstehe kein Wort Hase was hast du gesagt ja dankeschön mein Engel thank you very much weißt du was hier habt keinen Platz hier auf dem Scheiß überall nicht rein das Hobbitzimmern ist einfach zu klein hier wo natürlich der ist neu gekauft 8 Euro noch was kosten die 9 Euro das ist aber teuer ja ich dachte dass die teuer noch was bezahlt du darfst du nicht helfen ja die Koffientabletten ja naja ich hab auch keine mehr genommen wir sind nicht heute da muss ich noch eine nehmen nachher da sind Steps schon wieder ich höre sie doch schon wieder die kommen doch alle zu mir die wollen mich ja mann die wollen mich alle holen mann hilf mir doch einer von euch sagst du das mit der Dinosaurier ja das ist ein Dinosaurier der Dicke ja warte mal wenn der größer wird dann wird der Ton noch dunkler ja dann ist kein Dinosaurier mehr dann kommt mir richtig viel an die Lowe wird's denn direkt Matthias ist auch kein Dinosaurier mehr Alex alles klar die Dinosaurier die Schnauze Dicke hört einfach der dummste Kacktmau ja schick mir mal Brian sein Zeugnis Dicke hin schick mir mal Brian sein Zeugnis und schreib mir mal privat Dicke Alter Verwalter dann sind wir jetzt ein bisschen ja komplett wieder raus und andere noch Patrick grüß dich mein guter du bist jetzt wieder da im Chat Brudy sehr schön Schnucke Dominik grüße Brudy Na wenn Florian schön dass ihr da seid ihr lieben Leute sorry nochmal für alle die es noch nicht wissen wie gesagt der Chat spielt momentan überall rum bei vielen Streamern auch natürlich bei mir weil ich bleib nicht verschonen Freunde ich verschone mich nicht auf bloß also als Info habt halt ich kann eure Kommentare erst nur denn lesen wenn ich kurz aus dem Spiel raus tabbe und diese denn selber aktualisiere das mach ich natürlich nicht jedes Mal weil dann geh auf die Fresse hier im Game einfach bloß wie ihr wisst ich kann jetzt nicht so schnell und so oft und auf jedes Kommentar eingehen die sonst halt immer so das heißt ich muss mal die Lupe jetzt in Ruhe machen dann gleich kurz wieder aktualisieren ich kurz wieder geschrieben einfach noch nicht sogar schon wieder und dann geht es weiter mit Kopfgeld verteilt hä verstehe ich grad nicht so richtig also das war ne Dings war das gewesen alter das sieht doch grad aus wie ne andere das sieht doch grad aus wie die wie die wie heißt sie denn alter die Marco 5 hat das grad aus abgebildet so kurz Kommentare aktualisieren von euch ihr kleinen süßen Mistmann Papi ist da für euch Papi ist da Nicolo grüß dich Kathleen den Abend Servus Servus Na wie gehts denn läufts im Game oder was auf die Gesundheit Na die Gesundheit da brauchen wir heute nicht drüber reden die könnte immer besser sein bei mir sonst gehts wie gehts jemand schon da Alex bin wir da das sehe ich schnuckelputz das sehe ich wie gehts dir da ich habe eine Nachfrage Servus Andreas Markus Servus Katlenchen mein Bähnchen hallo hallo ich bin am Start guck mal nicht so ungeduld wie es aussieht welche Drohne ist aktiv das ist kacke soo schön dass ihr da seid schön dass ihr wieder hier bei Patrick der Chat dude alle sind wieder for I and the family aber nach gute close Waffen eigentlich also gute gute floated Waffen muss ich sagen auch Soldat in der Nähe Soldat in der Nähe in der Nähe in der Nähe willst du mich jetzt wegbumsen du kacklappen oder was dann mach so lucky soffen du Illtes Junge ruhig mal ein bisschen beruhige dich mal ein bisschen Papa ist da hat eigene Waffen hier habt haben eingesprungen hat das Maul gekriegt leider Gottes der Mover gut hätte besser umsetzen können aber womit solls hätten wir eigene Waffen gebracht wisst ihr da beschwer ich mich jetzt nicht noch da seht ihr mal die Roboter ist echt noch strange gut also die macht schon auch Sinn also die Waffe ist eigentlich nicht auf Long Range Andrea Servus hat der ziel identifiziert Machen jetzt der Spitze rein Digger und mal würde ich den Intus fühlen Marcel grüße wir machen jetzt nochmal ganz kurz Aktualisierung im Chat wenn ich ja nichts verpasse von euch 164 sexy die sich und der mich jagt wahrscheinlich war es hier vor mir in dass man keine schnappzahl ist so gibt es fertig heute eine bodenfahrt wird mir das kann ich mir vorstellen da niemand lieber und da ich mal schönes wochenende für dich das war gar nicht mein kopf geld digga das war gar nicht mein kopf geld bro das war nur ein kleiner amateur heini da oben drauf oder wird doch ist ja du willst mich holen oder was junge du alt ob du da kommt nicht nur einer hochziehen hier ja 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 kommen die spritzen sind sogar die spritzen sind so geil die spritzen sind so geil die muss ich mir selber mal setzen die gar nicht gut gemacht damals noch mal sagen dj digga zwölf kills der dude und da sieht man direkt oder das ist ein guter spieler der ist eingespielt der ist warm der ist gut hat er gut gemacht da kann man nicht rummeckern irgendwas da da einfach mal muss man einfach mal dj sagen so jetzt werden die kommentare wieder aktualisiert oh besuche besuche sind immer da auch nur willkommen durch alarmiert auch nur willkommen durch alarmiert also chris ich weiß nicht was du bei mich im chat machst dass du dich einfach für mich freust stattdessen kommt auch nur willkommen durch alarmiert aber egal die g natürlich habe ich den nur willkommen durch alarmiert hast du komplett recht alles gut alles gut dass man sich einfach mal freut für den anderen nein da wird doch irgendwas gefunden warum man ihn gekillt hat digga alles gut mein junge alles gut solche leute liebe ich doch so jetzt gucken wir mal wie gesagt die kommentare gehen gerade nicht im chat chris seit heute morgen nicht also die müssen wir wieder aktualisieren siehst die kommentare und danach siehst du keine neuen man muss die kommentare also quasi auf die muss auch jedes mal auf dem ring da klicken bei facebook nicht die kommentare jedes mal aus dem game raustippen kann man sich aufs game von konzentrieren verschießen machen kann ich nicht muss ich noch mehr raus tippen das ist das problem heute gerade ich bin noch immer traurig dass ich letzten tage krank war was bin noch noch immer traurig dass ich krank war und ein konzert sarah konner versäumt habe naja christian schimmeret im lebende ging ein konzert von sarah konner kommt wieder großer der kombiner ok kommt wieder blutig da kommt wieder wie gut bin darum geht es mir doch gar nicht einfach so dass man sich für einen anderen mit freut ich habe mich gefreut dass ich den bekommen habe weiß wie ich meine das ist meine erste runde gewiss war nicht eingespielt ist also schön was man sich für andere freut wie sie ich meine das ist doch nicht böse gemeint oder so christ überhaupt nicht aber einfach zu schreiben ja geil man freut sich mit für denjenigen wo man zuschaut natürlich habe ich den bekommen weil ich alarmiert hatte wissen wie ich meine hätte ich ihn wahrscheinlich nicht alarmiert hätte ich wahrscheinlich irgendwann gehört weil er auch zu spät schaut keine ahnung aber ist ja auch nicht böse gemeint ey da kommt der rest der familie ist doch hier mit euch moin was was bei der armer girl äh bei der wie heißt die marco marco was denn welchen lauf die vorletzten muss ich aber sagen die augen mal die augen krank die taucht richtig krank die augen dicker also ohne scheiß damit kannst du locker marco im blitzel weg holen ohne scheiß ist so ziehe ich jetzt gerade nur noch kommentare aktualisieren wird noch was ich geschrieben von euch namens renne grüß dich also die scheiße da das fakt ab digger heute kannst du glauben ja hab ich schon gehört fübelst nervig mhm und ein facebook invite ja wo wir du verkackst nochmal irgendwas ja ich hab drei sekunden lang irgendein lied an du bist du gleich gesperrt ja oder strafe oder ob mans aber du mal was verkacken das ist nicht schlimm das nennt man partnerschaft auf ganz hohem niveau ja ja Noch ein bisschen Melonesnäggen. Ich bin Sonntag nicht da. Ich komme am Sonntag wieder. Ich fahre am Sonntag schon nach München. Okay. Oh, ich früh da sein muss. Am Sonntag? Ja, also am Montagfrüh muss ich gerade da sein. Ich gebe auch um 2 Uhr los zu fahren oder um 3 Uhr. Ja, das ist richtig. Oh, Scheiterzeit. Sonst, wie geht's? Kann ich zu mir oder wen? Ja, den Chat zu mir ich nicht. Achso, naja. Seht, bescheiden. Wie immer. Hätte ich einfach gerade ranfahren und versucht den Fahrrad weg aufzunehmen. Dann werden wir mal durchzappen. Vom Ton ist immer alles gut. Hab ich gehört gerade. Ja. Ja. Perspektive noch nicht. Wichtig. Wollen wir mal gucken. Jetzt zeige ich euch mal in Ruhe. Dann können wir nochmal drüber sprechen. Ich glaube im Stream zeige ich es erstmal noch nicht. Und dann schauen wir mal. Wollen wir warten mal. Du hast eine Kamera. Ja. Ja. Achso, ja. Gut. Ich halte ein ruhiger Vertreter, Chrissy. Ja klar, ich halte mal. Oh, ich hab die stolze Fertigung erreicht. Wir haben für den ganzen Tag tätowiert. Du brauchst mal Ruhe aufmängungen. Ich bin nicht mehr da. Ich? Ich geh morgen tätowieren schon den ganzen Tag. Ich bin gleich. Ich bin nicht der da. Ich bin nicht der da. Ich bin nicht der da nicht. Ich bin nicht der da nicht. Ach so, ja ich bin einer. Das ist die gute Frage. Das ist die Margo. Oh, Gm, Gm haben wir doch gewinnen. Mike hier. Ab und an sehe ich schon mal einen Kommentar, glaube ich. Guten Abend, dein Rest natürlich. Guten Abend, ja, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, mein ganzes Bad, die Amateur neu zu machen. Nach vier Monaten. Ja, die haben so viel zu tun, wa? Ja, wie auch. Alles, was überhaupt technisch ist. Du bist auch wieder her, bekommst das ganze Material wahrscheinlich. Ja, ja. Auftragsmalar ist so extrem. Und jetzt schon, stillt alles, stillt alles, weiss ich jetzt schon. Ja, egal, wir haben übernächste Woche Dienst, aber haben dann nichts vor. Okay. Ja, mein letzter, also mein vorletzter, mit wo hau ich ab. Alles klar, weiss ich, wie steht. Mit der Grieche, ein bisschen. Oder Italiener. Oder Italiener, genau. Weil mich eigentlich immer nur zum beim Griechen übern Uso. Aber ich hab'n schöneren Grieche, als der bei euch hinten ist. Gibt's schöneren bei mir vorne. Und ich hab' ich auch schon gehört, dass da hinten ist, aber oder wollt' ich jetzt? Ja, zehnmal besser, das Essen und alles. Okay. Ja. In der Riesenfeldstraße soll auch ein guter sein. Auch nicht so weit weg. Riesenfeldstraße, ja. Hab' ich gehört. Auch ein guter. Ja, noch den, ich hab' ich, wir haben jedenfalls eine Baustelle dort irgendwo in der Riesenfeldstraße. Ja, da kannst du ja schwer parken, du hattest dort schwer zu parken. Ui, Meier ist jetzt total schwul. Geht's? Na, die sind nur die ganz, die ganz, also High-End der Griechen sind wahrscheinlich irgendwo in der Innenstadt drinnen, aber. Genau. Hab' ich keine Lust. Gehen wir zum Italiener, das ist ein gemütlicher Familienbetrieb. Bedienungen, sagen wir mal so, sind jetzt nicht so die nettesten, aber ist ja scheißegal, also. Ja, aber das Essen schmeckt. Genau, Bier und Essen schmeckt richtig. Mal sehen, was ihr gelernt habt. Pizzen, die Pizzen sind sogar, halt auch Nudeln, da kannst du alles bei denen jetzt. Im Kochen, der ist so ein bisschen auf sizilianischer Art. Ja, ziemlich toll. Na, wie gesagt, nimm die ja nicht so. Gut. Also nicht kommende Woche, sondern übernächste Woche. Übernächste, ja. Einfach in der McDonalds, ich kann doch so ein Kindermenü buchen für euch beide, Leute. Habt da so ein Bällebad auf da hoch da. Habt da ein Bällebad auf deiner Tackerinder, Junge. Na, komm. Grieche, Grieche, ihr Zwiemin, 16 Jahre, haben wir hocken am Sack hier, Junge. Italiener. 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 Italiener sagt, oder was, Junge? Italiener sagt, oder was, du? Jo. Mensch. Geil, ey. Let's go, Dude. So. Kann man die neuen Taraktualisieren hier. Let's do it, Mann. Let's do it. Let's do it. Juhu. Lass mal hier runter, hier. Grün, grün. Nee, ist los. Nee, ist super eklig da. Muss man da aktualisieren? Geht schon wieder nicht. Äh, ich muss das einfach machen. Ja, Mensch, das ist doch nervig. Geht das oder was? Nee, bei mir auch nicht. Bei iPhone geht's nicht. Wird halt mal Fortuna gespielt? Nee, glaube nicht, Digga. Also, ob das heute oder morgen ist, wenn wir die Map nicht mögen, mögen wir die Map nicht. Ja, egal, welchen Tag du da fragst, das ist nicht böse gemeint, Bro. Oh, je. Hinter mir drei Leute im Haus. Ja, genau. Dein Einkaufswagen ist das Haus. Ja, ja. Schalte sie. Schalte sie aus. Ich schau da mal hin. Ich glaube, ich schau da einfach mal hin und probier mal. Ich hab noch keine Waffen. Okay, na. Ich hab zwar Alex da drüber. Hab ich jetzt überhaupt für zwei Modester? Zwei Einstellungen? Das verstehe ich gewöhnlich. Ich hab keine Waffe, die sind bei mir drüber im Haus. Ich bin bei dir. Ich hab keine Waffe, Leute, ne? Oh. Gibt's doch gar nicht. Danus ist ein Schreckschuss. Danus, kommt der noch zu dir? Ja, ja. Erst unten rein. Boah, das wird mir doch komisch. Ich will immer was nachschauen. Meine Mausempfindlichkeit ist aber viel zu hoch. Johnny, Mahlzeit, Ramona, Arn, grüßt euch. Was koppeln? Was für koppeln, alter, hä? Wo ist denn das Ding hin, ey? Wo wollen die noch? Bei uns noch, oder? Auch nicht. Nee, was für koppeln, alter. Was wollen die denn? Ach, hier unten ist einer. Blau. Und der geht's hier. Kann ich sagen. Jetzt ist hier richtig hingestellt worden. Ja, da ist er unten drunter. Wie will das jemand an der Arten? Mal weg, Bro. Mal weg. Nein, doch nicht. Aber rechts von dem Arten. Der Frank springt runter, der geht hinten. Gibt's doch nicht, Leute. Ey, die würden mich alle verarschen, oder? Ich bin der einzige Waffe bis jetzt, alter. Ich bin der einzige Waffe bis jetzt, alter. Einen hab ich nackt. Yo, ich krieg aufs Maul, oder was, hier? Eine Waffe bis jetzt gefunden in drei Häusern, alter. Nicht eine Waffe. Machst du noch bei der vorne? Hammer da vorne. Mal unten links gucken, Matthias. Das ist eine Anzeite. Siehst du, wie die Platten jeder hat, Brudi? Sagen wir mal an. Ja, wer... Ja, ich sage nur. Also nicht, dass jedes Mal raus wie so ein BND. Ich fahr aber wie so ein BND. Die sind los. Wacht doch, einmal nur. Warte. Du kannst überhaupt nicht. Jetzt mal langsam. Wir sind alle in der Sicherheit. Ich rechne mich immer mit dir, ey. Ich hab's wohl gehabt, ey. Ich hab's wohl gehabt, ey. Ich hab's wohl gehabt, ey. Du hab's wohl gehabt. Du hab's wohl gehabt. Du hab's wohl gehabt. Du hab's wohl gehabt, oder was? Was machst du da hinten noch? Du looted immer noch dahinten, was ist denn los mit dem Die? Ey, ey, sag mal die. Ich hab's ja alleine, oder was? How about that? Was haben wir Looten? Wir sind kaputt, du. Wir sind so ein paar Gisten durch, du. über mir. Hier noch eine Bunkerkarte. Noch eine Bunkerkarte hier. Geld haben wir zusammen jetzt von der Drone. Ganz kurz einmal die Kommentare aktualisieren. So. Grüß dich Mario mein Lieber. Ruhig fest wie jemand läuft bei mir. Kati grüß dich, bei mir läuft es nicht. Anja, guten Abend. Aragon grüß dich mein Lieber. Hupmann auch so blöder. Welche anderen denn? Da rechts rüber meinst du? Können wir machen. Machen Auftrag oder was wieder überlebt haben sie gerade? Unter mir Fenster werde ich schon komplett angeschossen. Generell unter uns sind die Digga. Kommt durch Digga. Digga komm 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 ich brauche Hilfe. Oh shit, oh shit. Egal Alter ich bin mir gerade nicht zurecht so richtig. Digga was ist los Leute man? Ach Digga ohne Scheiß ein einziger. Zwei Leute von uns können nicht ab. Irgendwo einer wieder leben oder irgendwas ey. Guck mich die Scheiße hier gerade ab Alter. Du bist jetzt im Gulag. Überlebe um erneut ein Gesetz zu werden. Wo war der? Wo? Der sagt. Möge das Chaos beginnen. Aufgepasst Soldat, du bist dran. Wollten wir gerade mal? Der war zwei Stück unter mir in der Halle und der großen war noch zwei Stück. Im Ghost aufpasst. Wenn du hier gewinnst gehst zurück aufs Schlachtfeld. Cooler. Verlierst du ist dein Kampf vorbei. Es ist Zeit Soldat, mach sie fertig. Du hast keine schlechten Zeit. Wir weithalten für erneuten Einsatz. Dokumentare aktualisieren. Sind die Holt mal die? Ja genau, aber der andere schießt nur einen Schlachtschuss noch neben mir. Dein Teammitglied hat verlaufen und wurde zur Marsch zurückgeschenkt. Spiele belebt haben die noch mal. Hey Karo. Alles gute Spieler. Shit. Gute Spieler? Das sind Freaks Digga. Digga von wo denn jetzt schon wieder Alter. Ich bin da. Bleib wachsam. Ein feustlicher Kugel. Ein feustlicher Kugel. Ein feustlicher Kugel. Tschö 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 tschö. Fäustlicher Kugel. In der Nähe. Achso. Kapitän. Kupack. Arrleli dekan. Über geeks hier der. Kom. Komm. Komm. Ski. Oh ja. Das Gase breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlägt. Kupack. kein money leider bro ich bin mir sicher ich glaube die augs echt mega mega gut alter leute die macht so bock ja ich hab die jule und ich hab kein geld leider nur um eine gestorben produktion das ist ein eigenes ich bin drin geschoben da war ich schon da lag nichts mehr vor dir vor dir hinter dir genau rechts 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 an der kiste glaube ich war der hinter von den waffen hat mein ding so weiter rechts rechts an der kiste ja ich glaube ja ich glaube hier rechts weiter alle daran glaube ich noch waffen rum siehst du eigentlich die drohne aktiv kopffeld hier holen leute und meine baugen das ist selbst pro aber rechts ist nicht so wie viele sind das plötzlich alter wie viele sind denn das man wissen dass ich nichts mehr hören einmal was ich hörte digga du kacklappen digga junge blinschleiche du leid mal locker für sie bleiben locker grissi mal testen du auch was du hast hier wenn es nicht so ist höre ich auch nichts 40 älteste generation verbräuch scheiß weil wir auf zu stottern die waren logopäden für dich großer kommentar aktuell sind die da grüße martin servus da habe ich fünfmal selbe grüße seien ja ich muss aber sagen marcus grüß dich malzeit sascha wie spielst du die kgm einfach im bot eingeben ausrufezeichen kgm dann siehst du wie ich spiele brütti ruby malzeit marcel nabend oder mal luftig warum soll ich luft holen also ist hier ein grund hä wenn man einfach jetzt einen grund kennen warum ich luft holen soll der jetzt irgendwie oft dazu pass ich rede ihr versteht mich von sich luft holen macht keinen sinn oder kevin und du mal lieber luft ich glaube da fehlt ein bisschen sauerstoff heute bei dir so weiter geht es hier im karton du weiter geht es hier um sieben jahre marktschreie sagte zu mir sie luft holen oder was junge ich auch in der weise jetzt wo ich tauchen tauchen war digga alle haben so eine scheiß pulle ab ich bin direkt erst mal zehn minuten in wasser geblieben ohne irgendwas wo die wissen wie ich meine kiemen digga braucht keine luft holen einmal luft holen reicht für sonst leben jetzt mal ein bisschen attacke machen okay mal hier sehe ich gerade das hier geschrieben werden am start ja die hast du mir erst heute deine adresse geschickt du sollst mir erst dann schicken habe ich ja gesagt schnuckel so ist das ja so ist dass ich schon morgen zur post komme irgendwie keine eile junger ich meine matthias ich muss mal suchen oder sagt jeder was das ist das champion von caldera schon wieder so weit blicksen habe ich nicht im bord blicksen habe ich nicht im bord bruder ich spiele wenn der marco 5 und momentan hat auge aber auge ich noch nicht im bord reingenommen weil ich auge erstmal teste aber die auge ist für mich absolut krank die waffe alles andere ist man gut bei der auge ist halt das movement wieder aber an sich ist die absolut geil macht immer Bock zu spielen sieht geil aus hört sich geil an das ist mal was anderes nicht immer dieselben scheiß waffen und dazu brr ein bisschen umgebaute brr sieht er das die brr dudes ich habe richtig bock auf den richtigen bleib mal richtig session wurde alter junge richtig völlig fertig alter ist das noch mal drinnen irgendwann in diesem leben ist natürlich mal richtigen welt wieder machen irgendwohin liga richtig attacke junger oder richtig 23 tage zählt platz und dann wieder gewinnung wenn man das ist ja für ein audio langweilig und klasse ganz schön tolle jungen laut weg vom diesel flüstern klappen auswürfe andere ja liebe so weit leute die diesel fahren und einen scheiß sound generator drauf bauen oder irgendetwas sound haben wollen dann müssen wir was anderes kaufen am besten auch die junge die sich ein scheiß cls kufen als diesel und kleben amg drauf und machen dann sound generator drunter ich denke da stehen sie an der ampel jungen nicht warum ich oft entweder oder immer fährst du diesel weil du sparsam fahren willst und weil die diesel fänden müssen wenn es heute ist da kommst du dir ein pro 6 vor 8 oder ein bisschen nicht erst 3 ja was heißt das sound noch nicht beim diesel jungen oder 10 oder so was beim diesel jetzt was gibt es für sportprogramme hast du den sound generator verbaut aber richtig den zaun hast du doch nicht den hast du nicht aber du hast besser einen saun wenn du auch sport schaltest dann haben die über daten haben die irgendwas verbaut hat ein sound generator um die verbaut genau kann sein ja das ist wie zum beispiel die neuen audi a6 modellen oder so was aber die modellen die 3 oder diesel dinger mit 286 ps oder selbst der s7 ist jetzt ein diesel und der s6 und die haben auch einen sound generator ja das hört sich nicht an aber jemand der die auskommenden autos der fände ist oder weiß wie sich das anhört dann weiß genau das ist kein das ist ein zorn das weiß man ja selbst in drinnen haben die einen sound generator verbaut selbst der r6 hat in drinnen im auto und sound gerade verbaut früher war da mal noch vor 8 selbst von 10 jetzt hast du nur v6 mit einen preis sound genau das ist ein stern was ich sehe es nicht ich bin gerade über der facebook app jetzt tut mir leid dass ich mit dem stern nicht sehe leute es tut mir echt leid an die gute launen sein für das wochenende dankeschön kann ich mein lieber schnuckelhase vielen vielen dank für dein 1.000 sterne schnuckel putzi freue ich mich wirklich sehr sehr doll darüber daniel vielen vielen dank frau die grüße komm mal hier kommst du hier kommst du hier ja ein zickenbock untersuchst du schon wieder alles das ist ja eine ganz schöne zicke guck mal alles ab hier proben kaputt die map auf seinen controller ich denke ich mal ab hier bei der controller ist kaputt überall die einfach nicht mehr einzudrücken dann geht nicht mehr ja nämlich mal die kontrolle wie die aussehen da geht ja das wird zu drücken kaputt machst du toll ja komm hier papa hilft das machst du schön guck mal hier so toll hier die nacht die me schreiben viele tippchen wo sind sie hingefallen ich habe noch gefunden man so so papa muss jetzt wieder in den nie in den dschungel weg zimmelchen sagst du winke winke noch da kommst du hoch ach so mama der macht sich immer steig der alte drachen oh da rutscht der eben fast durch ja singen du dankeschön für eure gute nacht liebe vielen langen dein vielleicht eine sterne jetzt lassen wir da wenn man hier nicht was machst denn du da will papa aufsetzen papa ahhh putzi nix wobei es jetzt äh papa hat jetzt einen top beim stream auf dem kopf tini das ist ja bei unserer wasche ah die ist ja bei unsichtbar ja ja wohin denn so vielen lieben dank deine sterne vielen dank für die nacht mit dem herzen ja schön mein schatzi das ist ja ne lupe dann ich kann leider keine kommentare großartig sehen keine sterne kein gar nix verzeiht mir bitte liegt nicht an meiner willigkeit sondern eher an die von facebook genau hinter dir matti mhm mhm da kommen viele mit bei euch glaube ich obwohl die fliegen weiter oben die fliegen oben alle weiter glaub es ist gar keiner mitgekommen die fliegen weiter ja die fliegen mit das lag bei mir obwohl nix ist wie geht das nicht mein tag 190 ist mein tag wieder 120 ist das nur lame jungen ein paketverlust jungen latenz gpu zeit von 5 6 9 8 millisekunden alles ok aber es leckt halt ich glaube ich bin hier drinnen bei mir hier in dem haus habe eine position ja 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 ok flugzeug fliegt er im haus im haus 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 Ich kann nicht zur Kiste, die Kiste kommt zu mir, aber jalla bitte, aber jetzt geht's los. Da waren zwei Kisten, ja? Orange. Orange. Rot. Rot, rot ist schlecht, ich bin grad nicht bei euch. Die sind, oh ich hab die schossen, außerdem das war nicht gut. Die sind da unten an der, oh Digger, oh shit, die machen mich komplett Karo. Na vor der Kiste, genau vor dir, mach mal die an der Kiste, mach was, komm. Geh dich rum mit dem Züpfchen schon, würde er. Digger, ich hab nur ein, keine Schilder mehr. Scheiße, die sind alle. Ja, ich hab gesagt, ich hab doch grad gesagt, ich muss nachlernen. Ja, die sind gut, Junge, die haben irgendwie eine Bitch. Digger, ich brauch dich jetzt hier ein bisschen, jalla. Ja, war klar, aber. Guck mit, das andere zu mir jetzt. Ja, ey Leute, man, ganz ehrlich, pack mich grad ab, hier die Scheiße, Junge. Der kommt. Mann! Ja, Alter, was sind das für Leute, Level 6, die jetzt sich putzen im Klantag, Junge, das sind die übelsten Wichser, Alter. Da sind nur drei Einzelkopf, oder? Trotzdem geht's einfach ums Prinzip, dass wir immer so ne kranken Wichser sind die ganze Zeit durchgehend. Wo lach? Nee, ich mach's gleich mal aus, keine Scheiße, ich spiel hier voll Affen, das geht mir so auf den Sack hier gerade, Alter. Junge, nee, ey. Oh, f***. Leiser machen, Alter, okay, ich hab ein bisschen ein zu viel hier gerade. Einspielrunden, hier noch die Einspielrunden noch, Leute. Jan, grüß dich, meinen guten Abend. Danny, grüß dich, Christopher. Hallo, ihr Lieben. Du gehst mir hier. Looten, nö. Du gehst nämlich auch hier nach Hause, Alter. Komm einfach nur an. Da unten jetzt wieder Mati? Da steht gerade nichts Alter Verweiter Doch die Luftgarde war nur ein Eisen Der hat mich schon im Blick Ne, es sind mehrere W-Seiten Ganzes Team kommt noch reingerascht hier Von hier Rücke vor Genau das sind sie auch Ja Ich geh jetzt da hin und buch noch ein, zwei Reaktionen Und noch eine neue Runde Gaben, Michel Hey Marc, guter gesehen Michel, grüß dich meine Kleine Ja, ich krieg das Geld sowieso Wollte es einfach nur schnell zu denen hin Was ist das Geld nicht? Natürlich Junge Schau mal, da ist was los hier Eine Bunkerkarte Ne, hat er nicht, oder? Ganz weit hinten So warst du schon gar nicht Nee Oh, komm schon Oh Die Waffe noch nicht gewohnt, die hat mir zu viel Rückschuss gerade Nein, steht weg Du guckst ja auch mit dem 60er Magazin Ich hab die noch nicht 48er mehr, du hast die Waffe noch nicht Ne, mit dem 48er noch Wieso? Oh Jetzt muss ich wieder von drüben eine anschießen, oder? So logisch, Mann Grüß dich, Jani, mein Lieber, es geht's Schnucki Tim, geht's auf jeden Fall besser, lange der Nachfrage Wie gesagt, Kommentare kann ich aktuell gerade nicht immer lesen Muss ich auf Aktualisieren drücken, deswegen seid mir nicht böse Wenn ich auf jeden Kommentar einzeln eingehen kann Die Kommentare sind momentan ein bisschen abgefuckt Die Kommentare sind momentan ein bisschen abgefuckt Soll ich mal da ziehen Ist er sich eigentlich richtig Nee, ne, ist er sich richtig im Bauen Wenn er wieder im Kopf drin war Ah ja Ey, sind ja aber auch schlecht, Alter, die Typen, Junge Da oben auf dem Dach wie so ein Pfälfer sich Wo der denn jetzt nen Wichser, Junge Da schießt jemand so, der läuft nur wie vor bis hier Der panikt, der Dude Renn weg wie ne Fatsse, die hier, Alter Naja, jeder Mensch, kässlich Man, Gott, Mann Das ist wieder der Typ, die Mann Wollt's haben gehen Wollt's haben gehen Zwerer waren das, ja Neues Team, komm Das waren wieder die Fützendinger, Alter Das war wieder die Fützendinger, Alter Ja, ja, ja Das sind ja meine Waffe, nimmst meine Fäulen, Alter Ich weiß nicht, das Magazin macht's glaube ich bloß, was du jetzt hattest Ist das Magazin, was man spielt, äh, das hat eigentlich nur Dieses Hilftfeuer hat das Das andere macht jetzt keine Präzision besser Das andere ist einfach nur für Bewegungstempo, das 48er Mech Hm Du kannst ja auch noch mit dem anderen Lauf spielen, dem mittleren Lauf Da hast du ein bisschen bessere Prezi mit Der untere, den du jetzt hattest, oder der da drauf war, das war ja nur der Lauf für Bewegungstempo Den zum Beispiel Jagd empfiehlt Der andere hat aber bessere Prezi, der mittlere Okay, ja, da hat Der holst du auch noch was raus, naja Aber ich finde, die geht eigentlich, mit dem Maus ist es wirklich einfach die Waffenskontrolle, finde ich Da gibt's sogar noch den Schussratenlauf Das ist der Das ist der Letzte, der hat nochmal mehr Schussrate Nochmal viel mehr Und selbst den kann man kontrollieren Da fang ich aber schon an, wo ich sage, das ist schon schwierig Aber der normale Lauf, da sieht man auch viel mehr Unterschied zwischen Maus und Statistik Das ist echt extrem anscheinend, Alter Ich hab dann überhaupt gar keine Probleme mit der Waffe Null Du kannst halt generell eigentlich auch Waffen besser kontrollieren mit Maus Und sich halt besser kontrollieren Auf Range zum Beispiel Oder allgemein besser kontrollieren halt Weil du das Feingefühl hast Du musst den Scheiß dick nach unten drücken und dann auch noch aimen Das ist halt alles ein bisschen blöd mit dem Scheiß Daumen Wenn das viel Rückstoß hat, die Waffe Ja Nicht so einfach Ich muss hier einfach nur ein bisschen mehr üben die Waffen Die ist noch nie gespielt so richtig Grüß euch Leute, guten Abend Gute Abend Gute Abend Jetzt gehts los jetzt mal gespielt Gute Abend 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 Dann ist ich extrem anscheinend Ich hätt ihn nicht gedacht, Alter Was denn? Na die Waffe die du gerade hatte ist Da war der Handstopper-Griff drauf Die spielt man aber eigentlich mit einem Maensklet Griff nicht gut die waffe ist gut ich bin daumen geht es ja gerade gut ist die ich finde das mein lieblingswaffe ist wissen wie du spielen kann und wie gesagt ich habe ich habe nur auf movement gebaut ohne 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 präzision nur und ich kann die mit maus nicht so gut kontrollieren muss ich sagen das hat mir wahrscheinlich ja keine ahnung wenn man mehr rückschluss haben dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen leicht aber du musst einfach öfter spielen glaube ich habe mal verzogen die top dass ich einfach was daran die wackel zu richten ist nach rechts und links die waffe keine ahnung und wünscht nichts anfangs so ich finde die waffe immer schritt rechts nach oben geht die finde ich einfach nur so ein bisschen da muss einfach schräg links nach unten halten ja ja und ich habe mich aber gerade am anfang da erinnert mich auch dran hat die waffe voll verzogen am anfang man kann aber wenn du einmal weißt wie der recall ist ist die waffe richtig übel krank ich habe mal so gebraucht ja nicht unbedingt gezeichnet du bist eigentlich auch so ein pusher eigentlich brauchst du schon den max skelett griffigen den movement und zv aber ich meine der ding ist ja auch nicht verkehrt der gibt ja auch noch mal verschieden ich habe solche heute noch mal gesehen bei verlagte der spielt ja auch mit dem stopper keine ahnung vielleicht ihn auch zu viel rückstoß ich meine sind doch sehr gut und dings haben sie alle mit dem markt der gute seien keine ahnung ist dann so schlimm warum also das so ist die halt auf bewegungstempo gibt ja zwei verschiedene bilds ja einmal handstopper und der mittlere laufen einmal hält was denn die bei mir oben im haus haben das ist ja sauber so hässlich macht ihr macht ihr raus da ist noch nie landet hier oben wo sie dich ja mal macht die alter hat nun na hör mal kann ja nein ich habe das gemacht aber sie müssen krass gefunden hat er hat sich die jeep genommen im solo ist mit dem jeep an mir vorbeifahren es war aber noch rot er sie auf ein weiteres aber gesetzt und zu mir geämmt aber überheftig habe ich gedacht dass ich gar nicht mehr mit der sitze noch im auto im fahrer sitzt also denkt man gar nicht ja ja das ist gut jetzt richtig ich habe den plattenkissen gefloppt weil ich noch einen steuer habe ich habe mit drohne nicht wirklich eine lustige man könnte das ist ein geile move weil ich finde mega eine plattenkiste gefloppt wie gesagt ich habe eine drohne müssen machen soll das kopfgeld oder ist ein anderes kopfgeld über dem matthew das ist ein anderer du digger das ist ein anderer du hab ich links auch noch die wichser wir haben dort der kohle gab der nut sich irgendwie noch ein bisschen drum ich gucke mal kurz aber nicht wieder den eigenen shops gehabt hat der mitnehmen ich habe noch so ein sensor habe ich noch so ein störstender naja ich will ja eigentlich noch mal die fliegen die fliegen die fliegen die fliegen weg die fliegen weg alles deswegen zum lodi die fliegen nicht zu unserem lodi auf jeden fall links und lodi schon links geladen wir brauchen einen kleinen batzen ja ich so eine kiste vor mir die doch nicht ist zu dann ist auch noch eine links unten ja kiste geld zusammen ja wir können einkaufen zurück zum shop leute kommen unser kopfgeld hat sich jetzt die kist rum ist trotz mal hier ein bisschen ein bisschen weißt du es mal hier hinten hin oder oder eben willst du das mal einkaufen digi hä achso ich habe gedacht den shop zum schmeißen habt ihr ne hat doch matthew ja aber ein bisschen schmeißen wenn der links der shop ist kann ich einkaufen ich bin einfach mit dem ballon zu unserer kiste wie schnell man das mit der marco alter das ist schon echt übel junge das skelett macht schon viel aus ja aber wenn ich jetzt das geld auch noch spielen ich schieße jetzt mal mit der waffe ohne dagegen halte ich verziehe kaum ein stream rein bisschen nach oben halt die linie auf die linie auf die weiße ich spiel meine mal kurz ich spiel deine mal kurz einen anderen rückstoß bei mir digger ich habe keine ahnung weil das ist ja übel das mal hinfliegen was hat matti macht du bist ja am start da ist er weggeknallt oder was ja da war ich noch ein paar die andere gehst du mal ein luk ja da war ein luk ich habe dich weggefunden und hier links da war hier drüben war das ich will hier nochmal meine rauslegen ich habe keine gehandler draußen wenn du willst habe ich die links nochmal drin die marco für dich wenn du willst ja ich nehme die mal aber das ist mit dings ja das habe ich gesetzt digger die ist mit den ach ich habe nicht mehr viel moni 82 schuss so mit dem jeep fahren wenn ihr wollt lass mit dem jeep links fahren ich habe einen stoßhändler drauf kann ich drauf fragen kann ich mal ballern mit dem dinge da wissen wir nicht mehr wo wir sind das ist das gute daran dann sehen wir den jeep nicht machen ja die ist cool wo man den gasding gasding hat sie auch drauf stehen das gasding also vielleicht ein gast fahren hier ins teil zum einkaufsfahren nochmal hin das wollte ich ja mal machen wenn wir mal am ende warte mal nicht fahren ich war ein stopp doch mal alter jetzt ist drin alles drin alles gut alles gut aber nicht irgendwo auffüllen das scheißegal vorerst mal hinterher hätte das störe läuft ja auch bloß eine minute oder halbe minute die waren unter uns waren die oder ja das ist mein Platz das ist jetzt los die kommen wir mit reinlegen was wartest du denn das ist mein Platz ja das ist mein Platz das ist mein Platz ja ich wollte hier abfangen das land wird level auch und guckst du das ist jetzt doch ich hab hier ey ey ich hab ich Pech gerade in dem game junge oh fuck die sohn digger man ich hab ich Pech gerade in dem spiel brudi alter fuck das man ich hab ich Pech gerade in dem spiel brudi alter bringen wir die sache ins rollen verspotten ist eine gute möglichkeit um den feind zu ärgern oder nimm einfach einen schweren stein du bist dran ich will abfangen grad leute ehrlich jung ich könnte ganz richtig kotzen grad alter christian grüß dich wenn du hier gewinnst jetzt geht's zurück aufs schlachtfeld verlierst du ist ein kampf vorbei es ist zeit soldat auf die gammel auf die nutten so und die sind wieder drei leute dann könnte ich ja echte lamina heute am bein nachspielen mir scheißegal gerade war ich mir ja lange die kacke mädchen heute und jetzt schon dieses beruhote fucking game was haben die denn für shots schon ich hab die wiederbelebt auch noch oder was ne scheiße ich gehe da hin wo ich gestorben sind immer noch da unten die wixer hier die schießen schon auf mich im gris nee ich bin auch im himmel oben ich bin auch im himmel oben ich nehme jetzt das tun auf dem monitor drauf ganz glauben alter er ist ja nicht ein sauber der wixer digger ja jeden schuss digger jeden schuss trifft er oh leute nee ich musste echt locker bleiben ich bin ganz woanders ich jetzt pissen wir mit dem bier das passiert in der beläne ich brauche heute nicht mehr wiederbelebt waren heute das ist doch so ein rocket league ding ist jetzt heute abend das rocket league drin 3er haben die gar nicht gesehen dass ich von da oben kommen jetzt nicht durch ich bin ganz woanders ja probier vielleicht oder in die zone reine lupe zu machen oder so ich komme nach ich fahre fahre ich bin ganz Hirno ich bin ganz bin ganz ich bin ganz Ich muss wieder einsteigen, wir fahren zur nächsten Drohne, äh zur nächsten Lupe oder so hin, keine Ahnung. Ja, kannst du das gerne ausmachen? Ja. Ich hab schon eine, ich hab einen Bunker, ich hab den hier. Ein bisschen langsam. Ja, ich komm hin drauf. Wir müssen festgefahren. Wir müssen raus, Matti. Eieieieieiei. Ich kann hier wieder keiner ahnen, dass der scheiß LKW nicht über so einen kleinen Stein wieder rüberkriegt. Wir könnten in der Home-Town das in den Bunker versuchen, ich hab so eine Kotte. Wo geht's denn rein? Wo sind die nächste Lupe? Ich hab keine Mäder. Und rechts, glaub ich, will ich nicht hin. Achso, naja. Wir rüberfliegen. Da ist gerade einer weggeflogen auf jeden Fall. Wo? Ah, ich seh's, ich seh den oben. Der sucht aber nur Gegner. Jaja, der sucht schon wieder. Der sucht schon wieder. Der ist wieder vollgeek, das sieht man schon wieder gleich direkt. Ich fliege links runter so ein bisschen, dann kann man hier weiter fliegen. Das ist so eine Seil runter oder so, Matti. Ja, den nächsten fliegen gerade hoch und gucken. Na ja, sind wir ein bisschen vollgeekster. Wir müssen auf die drauf fliegen, wenn du willst. Ich bin nicht das, ne? Von der Dungrone raus. Ich hole den raus, ey! Ein dickes Ding, Alter. Ich probier das Kopfgeld zu holen, irgendwie, Matti. Ich hab ja noch gute Geld. Ne, jetzt lass mal einen schönen Wein geholt, Alter. Lass mal runterkommen. Dankeschön für deine 50 Sterne, Mario, mein Guter. Schönen guten Abend. Für den Namen Family sind das ja da. Ich lass mich mal mit die Lade machen. Ich hoffe, ihr hört den nicht so laut, Leute. Macht's gleich jetzt zur Stufe wieder. Ah, die Cap'n zu zweit bringt nichts. Die Cap'n zu zweit im Haus an. Uwe, grüßt jemand lieber. Ich habe jedenfalls genug Geld zu betrachten. Das tut gut, das tut gut. Der Händler ist hier. Das tut gut, Alter. Grüß dich, Junge, zieh, Junge. Ihr seid so welche Hurenzöhne, Alter. Man muss es einfach so sagen. Das hast du nicht mal so eine Kraftausdrücke sagen im Stream bei mir, Chrissi, Alter. Mach keinen Spaß. War doch kein Spaß, war echt ein neues Game, Leute. Ohne Charaktiker. Ohne Scheiße, ich merk's doch selber. Ich muss noch nicht mal so ein Abticken wie jetzt gerade. Muss nicht mehr sein, ehrlich. Nee. Ich muss langsam echt mal runterkommen mit meinem Sohn, Alter. Ich kann die Scheiße nicht mal so abticken. Ich würde halt nicht mal zocken, dieses bohote Scheißgame. Es gibt doch nichts anderes. Es gibt nichts. Es gibt auch keiner mehr Lust auf dieses Game. Es hat wirklich keiner mehr Lust auf dieses Game. Es hat wirklich keiner mehr Lust auf dieses Game. Ist doch so. Die hat aber keiner die Frage. Ja, aber zwischendurch, aber bis das kommt. Ja, irgendein anderes Kack, dem was Lustiges und nicht viel kostet. Wisst ihr, wie ich meine? Irgendwas Lustiges. Ja. Irgendwas Lustiges. Ja, das hat jeden Spaß, Mann. Ja, das meine ich, äh. Ey, zock nicht mal wieder Snowrunner, Leute. Ist mir scheißegal, Alter. Mati, Snowrunner, oder was? Ey, fahr ich echt mal wieder ohne Kack, Leute. Ich hab keinen Bock auf das Game gerade. Passt meine Nerven zu viel. Ich weiß, Abbetten machen, dann bist du ein 3er Rocket League Ballander. Dankeschön. Mucke anmachen, Rocket League Ballander. Naja, Rocket. Ach, mir auch vielleicht heute Abend am Jahr, wenn ich voll bin, Alter. So, wir haben Geld zusammen für den hässlichen Digi. Ich hab mal hier noch 1,4 Abschnucki-Putz. Ja, aber das war dir eh ganz schlecht bei mir. Digga, soll ich nicht sagen? Ich hab mich so auf eine Gulag-Fute gefreut, Digga, seit gestern. Ich hab heute nur verloren, Digga, nur. Ey, ich bin auf zwei gerade. Digga, was? Bin doch schon weg. Jo, da wollte ich mal wiederbeleben, Digga. Verpisst euch doch, ihr kleinen Fotzen, Digi. Digga, was schießt du doch auf mich da hinten? Junge, du Bitchkind, Junge, du kleiner, fetter, dreckiger... Ey, von allen... Oh, Alter, nee. Verkackte, dreckige Sche... Super toll. Super. Mega, Alter. Ja, was ich mal im Stream sage, Leute. Seid man nicht immer böse nimmt, dass ich an, wenn ich mal sage, Scheiß, das Schwuchtgeld, was ich eigentlich nie oft sage. Oder irgendwas. Ich hab nix gegen Schwule, nix gegen Ausländer, nix gegen Arme, nix gegen Reihe, nix gegen hässliche. Bis die mich selber hassen, Leute. Ihr wisst das. Ich hab nicht alle so ernst, bitte. Sag ich mal vorne rein. Und wie gesagt, ich kann eure Kommentare heute nicht lesen. Also zum Glück auch mal die Hälter-Kommentare nicht lesen, Alter. Gulach-König. Einer geschrieben. Ich hab erst mal ne 82 Prozent, du Lappen. Oh, kleiner Kacklappen, du. Digga, setz dich in den Käfern verlos, da was da für ein Auto ist, Junge. Hol den Hobel runter. Wolltest du denn jetzt machen? Lappenkuchen, oder? Und irgendwo bist du, oder wie? Dann kommst du doch n Rucksack aus dem Scheißding raus, Junge. Was ist denn da los bei dir hässlich? Das ist der abgehoben. Ist der abgehoben, der Junge. Ein richtiger Bastard. So, Christian Grizzly ist doch nicht normal, so viele Schieder die Tage. Ja, das wollen sie auch nicht anders. Zwar jetzt nicht so viele, aber Solo? Solo haben wir erst schon ne erste Runde eingehabt, vorgestern. Mit 32 Kills und Level 20, aber... Das ist aber ganz normal, die haben ja gesagt gehabt, die kümmern sich drum. Die haben ja wieder das Schiedskosmos rausgebracht. Das müssen sie erstmal wieder begreifen. Das Programm muss jetzt lernen, und dann geht's auch wieder. Also mal ganz ehrlich, ich muss sagen, und das ist auch ehrlich gemeint, seitdem die das Riedmischee haben, ist es deutlich besser geworden, Leute, mit den Cheatern. Deutlich besser. Ja, ja. Es gibt andere Sachen, die grad im Vordergrund stehen, wo man sich mehr beschweren müsste als über Cheater. Das ist nicht böse gemeint. Ich hasse Schieder ohne Ende, und ich zick auch genauso ab wie ihr, Leute. Ja, und ich hab auch nicht wenige Schieder. Aber es gibt andere Probleme, glaub ich, die das Spiel grad unspiel voran machen, als wie ein Cheater, Digga, gerade. Hier wirst es gleich so im Arsch sein. Oh, Ligi steck aus, lieber Bro, steck aus dem Auto. Schlag weg, genau. Schlag das Auto nicht, schlag das Auto nicht. Doch, das Auto kann was dafür. Also, lieber nicht den, sondern eher wieder dort den. Schussverkauf, hässlich. Das heißt, Schussverkauf nicht Schluss. Geht Schuss. Ich sag immer Schluss, Digga. Warum hast du eigentlich Schuss? Ist das ein Fehler von denen, oder was? Oder wegen gut Schuss. Ich gucke grad, Chris, warte kurz. Ja, hier, ja. Oh, Pascal, du hast recht, mein Bruder, du hast recht. Bero, grüße dich. Ja, das ist sowieso, Digga. Das Spiel wird immer schlimmer. Wir können uns hoffen, wie gesagt. Alles klar. Was? Hast du mich jetzt nicht wieder geholt? Ich glaube, irgendeinein geholge auch. Ja, hast'n richtig in die Ohl, Diggi. Sind nicht so schlimm, haben wir noch einen Job da? Schöter mal, hier noch einen Job am Start, den hier hinten. Geht einfach runter, ja. Er wartet, Junge. Er tut ja auch nicht in seinem Leben. Ich zeige euch mal kurz was vom Fahrradblock. Doch eine Runde und ich möchte ja gerne wissen, ob ihr das so okay findet mit der Ansichtsweise von der Kamera. Ich mein, hab' ich voll zum Appel gemacht, Leute. Ich hab' die Kamera mit an meinen Kopf gebunden. Haben übrigens viele Leute geguckt, aber scheißegal. Ich kaufe noch mal Platten ein für euch. Ja, kommt hier bei mir runter. Ich kaufe Platten ein und ich kaufe eine Muni-Kiste ein. Und das war's denn auch. Ich denk' mal, Leute, jetzt ohne dumm zu kratzen, denk' mal, das nächste Wasser wird deutlich besser werden. Das nächste Wasser wird deutlich besser werden. Du hast doch Geld zusammen, Digga. Das kostet Geld. Ja, 900. Ja, ich hab' auch kein Selfie an, ich hab' extra für euch gekauft, die Platten. Ich hab' aber kein Selfie, ich hab' extra Platten gekauft für euch. Da bin doch einer runter zu euch, Digga. Hab' ich. Er ist doch auch kurz vom Himmel gekommen, Brudi. Wir haben mal Geld, kann mir Selfie kaufen, reicht nicht mehr, Alter. Leck' mich doch. Ich kaufe extra Platten ein für euch. Und Muni-Kiste sind so ein richtiger Teamplayer. Okay, ihr habt mal für Selfie, ihr habt das auch mal schon mal in Digga. Ich glaub' mir, das COD wird besser, das nicht so. Könnt ihr mir glauben. Das ist einfach so. Ich hab' ne Muni-Kiste, natürlich. Aber da hat man noch Brüssel, oder? Ich hab' nur, natürlich. Ich hab' nur zwei APs, da brauche ich keine. Von wo? Wo denn, Mann? Von hier hinten. Willst du mich verarschen, Alter? Ich muss euch mal vorstellen, Leute. Die haben das Game gekauft für über Milliarden Euro. Die können das nur besser machen, die wissen. Wenn ihr das jetzt... Oh, Digga, bei mir schon. Und hinter mir und vor mir auch. Ich brauch' euch. Ich hab' verschiedene Teams, oder was Digga. Vor mir und hinter mir, Alter. Ey, Leute, nee. Ey, sind mir scheißegal, gerade. Ich zock' was anderes nachher. Dann müsst ihr das zu zweit. Sock' ich zock' ich deinem Leiter, Alter. Das war' nicht ernst, gerade. Zock' ich deinem Leiter, Alter. Zock' ich deinem Leiter, Alter. Ich hab' nicht einfach mal Rocket League zu dritt. Weil ich keinen Bock hab. Du hast dir auch kein Bock auf Snowwander. So'n Ding ist das bei mir mit Rocket zu dritt. Ich hab' keine Ahnung, Alter. Ich hab' dir nur erst mal erklärt, Digga. Ich hab' keine Sache. Aber wenn ich voll will, vielleicht mach' ich da mit. Dann spiel' ich lieber zu zweit und manche zock' lieber zu dritt. Links, ja. Ja. Von der anderen Einer, Matthias. Von der rechts. Links ein anderes Team hinter dir. Boah. Diese kommt gerade im Berg hoch. Ja, ja. Das ist doch neben mir. So, das mit dem Fluss vielleicht irgendwann mal noch was zu suchen, oder? Vielleicht kann ich noch close? Ja, 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 ja. Vielleicht kann ich einen Finisher geben. Wir haben auf die Rübe, Junge. Zwei Leute, noch einer nach rechts. Hm? Der guckt schon so komisch, wie ich hab'n vorbei, Bugassi. Bin ich da. Ist Fulgini. Du hast noch Geld für'n Job, Alter, ey. Ich mein'n Ding. Oh, Digga, so close, Bro. Hinter dem noch einer. Noch der dritte, oder? Digga, der ist in der... Oh, Huuu. Er schlack dir, Digga. Oh, Scheiße. Ne, ne, der hat ne Waffe gehabt, Bro. Das ist doch wie ne schöne Uhr um, Digga. Ist doch ruhig, oder? Jo, Alter. Die reiche Sau hier. Bin unterwegs. Hallo, Hallo. Hallo. Yollah, Yollah, Bruder. Bewegt euch doch da mal ein bisschen, Mann. Also ich sagte, Leute, die OTS-AMW auch und Bullfuck ist wieder innen, die könnte wieder zocken. Also die ist richtig gut. Ist jetzt nicht bloß so, dass man die sagte, ich kann man wieder spielen, ich hab mich doppelt extrem gerade. Bei dir aus, Manni, oder? Weiß ich nicht. Jetzt ist es besser. Er steht da vorne, Digga. Er guckt dich an, die ganze Zeit, die ist ja blind, oder wann? Ja, gebraucht er, der schießt den Lappen. Lauf links runter, Digga, ja. Auf die Garnbester, ein bisschen. Naja, siehst du doch nicht. Naja, siehst du doch nicht. Naja, siehst du den Buschhocken, der Hessler, ein Junge. Forsa, Forsa könnte ich auch zocken, Digga. Ist ja nix gegen Matti, ich freu mich ja auf Gunner und Matti am Abend immer. Aber wenn das jetzt so weitergeht, die nächsten Stunden zock ich für safe Forsa oder Dying Light. Das meine ich im Ernst. Denk mal, das können wir alle weiter verstehen, Alter. Alles gut. Aber vielleicht läuft dir nix drunter besser, Alter. Siehst du, wir haben noch ein Ding so gepriegt, Leute, wir können ja revert. Genau, Digi, genau, Schnucki. Komm, gib Gas, Junge, gib Gas, Junge, gib los, Junge. Du fährst genau zu denen hin, Digi. Oh, nimm den Ballon, Digga. Ich hielt drauf und fick den Wecker noch, wie wir es gerade eben besprochen haben, Junge. Mit der Pistel. Wenn du das hinkriegst, kriegst du von mir Fünfer oder Zehner oder so, Digga. Pistel oder rein mit dem Quad. Wenn du den wegknallst auf dem Beifahrersitz, den wegknallst mit dem... Ja, setz den Beifahrersitz mit der Pistole weg, dann kriegst du 10 Euro. Safe Call, Alter. Das krieg ich jetzt. Jawoll, Junge, so kenn ich den, Jungen. Ich bin... Okay, nimm zurück. Nicht Spaß, Alter. Gib ihn, Junge. Ich bin böse, Junge. Ich hab gesagt mit Pistole, ja. Ich hab mit Pistole. Nee, komm, kannst du machen. Oh, Digi, hinter dir. Du hast eine Spritze noch, eine Granate noch, der muss kommen. Der kommt mit Pistole, der wichsler hinter dir. Wollen die zusammen, oder was? Ich hab mit Pistole nur, oder was? Der hat nur Pistole gehabt, ja. Ärgerlich, Junge. Du bist noch ein Dings. Warum schießt keiner auf die? Die sind doch zusammen, oder was, Digga? Das wurde an der Kiste dran, der Innen noch. Schade, Digga. Hilfe, Alter, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Die hinter ihm haben nicht einmal dazugehört auf dem Berg hinterlegt. Ach weißt du, haben die nicht geschossen, hey? Die haben auf dich geschossen und der wollte genau neben dir, der Dude verstehe ich grad nicht. Guck mal, wenn du die Waffe spielen mit dem scheiß Schalldämpfer dran. Da sind die schlechte Spieler hundertprozentig, Leute. Einfach nur die Mehrheit würde, Alter. Scheiß Schalli dran, wozu denn, Mann, Alter? Das ist immer noch für dich. Der Schalli bringt nicht, dass ihr keinen roten Punkt mehr auf der Karte habt. Das bringt das nicht, der Schalldämpfer. Der Schalldämpfer bringt nur, dass ein bisschen leiser ist. Die roten Punkte haben sie trotzdem auf der Karte. Das ist nicht mehr so, wie früher, dass du Schalldämpfer drauf hast, wie bei den D-Wappen. Und ihr habt dann keinen roten Punkt mehr. Nein, dafür müsst ihr Unterscheid spielen. Das spielt aber kein Schwein. Obwohl Jago das sogar teilweise echt oft empfohlen hat. Aber ich weiß nicht, Alter. Ich denke immer so, bei einer Close-Waffe bringt dir das überhaupt nichts. Weil selbst wenn du keinen roten Punkt hast, schießt du auf den Gegner vor dir und der hat ja einen roten Punkt. Und dann sehen trotzdem alle so ein bisschen, wo du bist. Bei dem Stormgewehr würde er das eher Sinn machen. Und da braucht man auch verlängert wieder, wegen der Bullet-Verlässe, ich weiß es nicht. Ich hoffe, wenn du das richtig machen würdest du auch Sniper direkt. Du kannst schießen und keinen roten Punkt, keinen blind, das würde schon mehr Sinn machen. Aber beim MP, ne, Alter. So, jetzt versuchen wir nochmal KGM und M-Marco5. Und ansonsten halt, wie wird auf jeden Fall ODS nochmal snacken, hat es da auch geschrieben gehabt, das ist momentan ODS wäre richtig gut auch. Und Bullfog vor allen Dingen auch, ja. Hab ich nicht gedacht. Und Time to Kill ist minimal, wie gesagt, wenn ich sogar genauso fast ein bisschen schlechter habe ich gelesen, aber nicht viel wie die Blixen und Marco5 an der Auge halt. Immer wieder, ich genieß den Wein. Dann gibt es ja noch ein anderes Magazin bei der BA. Oh, ich möchte mal gucken, 50er Its 40er hat so schnell alle, Alter. Dann haben wir 15, man hat ein bisschen mehr damage dann mal so 60, nee 60 Schuss-Damage, aber viel viel weniger prezi, viel weniger Schussrate. Dann haben wir noch das 60er, das sind sowisrei 40er, Max. Ganz kurz probieren und aufklatschen lassen Ob das jetzt dolle verziehen oder nicht Ich denke mal, ein Rückschluss-Booster Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir Mal wieder keine Supporter-Games Alter, Junge, mal keine Supporter-Games Achtung, Scherz-Buddy Jeden Tag mache ich den Gang Ich liebe ihr Schweine Würdigt das Mann nicht Mal gucken Alter, die Waffe Ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt eine Wutze Mona, grüß dich, meine Liebelei Hallo, hallo Die Zwergenparty kann beginnen Wo geht die Reise hin? Sag mal, ja, ja Also ich werde ja eigentlich wieder für Hier, also für Hier, wie heißt denn, der Nightmare oder Beat-Sheet oder Nightmare Eigentlich Nightmare sogar, weil ich eher dafür Weil wir jedes Mal sterben, wenn wir von außerdem in die Zone laufen Das war immer so Immer sind wir da gestorben Ja, und wenn du halt Beat-Sheet bist, wirst du den scheiß Berg Ja, das meine ich ja Das ist genau wie der Berg an Home-Town, der Berg Das ist genauso eklig, Alter Naja Wie viele Leute mir geschrieben haben, wie man richtig in Kryptowährung investiert Leute Ich hab nicht gesagt, dass das in den Trick machen müsst Aber ich hab gesagt, dass viele von meinen Kumpels, die Millionäre sind Oder auch die ich kenne, die viel Geld haben Kein Geld auf dem Konto haben Weil das keinen Sinn macht Das war ja immer weniger, wenn du das generell auf dem Konto Kauft irgendwas, was investiert in was Ich bin weiter hinten, ne? Ich muss hier reingehen, Liga Ich muss hier reingehen, Grün Braucht euch ein Auto, wo ihr wisst, das steigt an Ey, vor mir ist einer drin Ich kann dir leider nicht helfen Es ist doch nur noch Schmutz, komm Guck mir jetzt was Gutes hier Du bist auch bei mir unten, mal die Sache Ja, ich wusste, ich war hin und ja Liga, Mann von oben, Hure Komm noch bitte, Bro Let's go, nice Einer nur Warum wieder ein Einzender, Digger So schnell wie ich, glaub ich tot war Ich hab echt so Pech, grad in dem Leben, Leute In dem Leben im Caldera Ich mach heute gleich aus, Alter, dann kannst du glauben Heute ist echt so ein richtiger Drecksstatt für mich Nee, das Game fuckt aber ab, Bro Du wirst ja selber, wie es ist Ja, schön, freu ich mich Danke Freu ich mich sehr über dich, Mati Wenn du mal meinen Bauch streicheln würdest Dann werd ich echt glücklich, Bro Was machst du von der Linie gar nicht mehr? Ich würd' jetzt mal Platten rauslegen, eventuell hässlich, aber Das ist nun mal alles du, Brother Brother from another muscle Ich hab' keine Platten, da liegen auch keine Platten Und da kobe ich mir welche, oder? Du liegst raus hässlich, ich wisst ja nicht Ich hör' ich hier oben nicht, also hier ist kein Schwein hier oben anscheinend Naja gut Ich hab' ein paar Platten gefunden Komm, selbst bei mir? Komm mal Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr Wo genau in deinem Haus, oder ist? Ja, noch einer, noch einer Komm mal, die Rande, ich bin noch weiter weg Fein, wir landen bei mir im Gebiet, Ruhe Oho, der holt mich nur, hä? Das Gas kommt Komm, hässlich? Ist er noch bei dir? Ja, ja Oben, genau, oben, oben, oben Hatten Sie den Gaskanade gekriegt? Das war's doch hässlich Ich hab' nicht so'n Spagat, was hast du denn? Wir sind noch nicht voll, hässlich Wir sind noch nicht voll, hässlich Der Sicherheitszone ist ab Lass retten Uuuuh Cooler So, Plattenkisten hast du gedrofft, hässlich Geht zur Kiste Wir haben Geld für dich, ich mach dir alles cool Was ist das für ein Typ, Mann, ey? A9TV So, ausstehen, warte mal auf mich hässlich, eventuell Wir sind schon oben In der Kiste dran, oder was? Nee, doch nicht, doch Ist auch ne scheiß Blume Ich kann nicht wiederbeleben, den Bierbau Nee Ist da in der Kiste dran, oder was? Da sind doch welche rum, ich hab's nicht auch richtig gesehen An der Kiste Das kann neun heilen, die wahrscheinlich Kann so gut sein, ja Ich geh aufs Haus drauf, hässlich Wo sind die das große Haus oder das kleine Haus? Das große Haus, wenn einer rein? Ja, genau, und an der Kiste selber war ja auch grad einer dran Das ist der wahrscheinlich reingerannt, oder? Nee, 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 nee Bei Unterschieden Bei mir im Haus auf jeden Fall drinnen, Diggi Bei mir, im Haus Was? Diggi Ich weis Ich herrlich by Bei mir Errlich zwei Leut Zwei Zwei Leute, ich krieg ja keine Kills zusammen, Digga, Alter. Hack mich das ab, gerade. Mensch, das klingt doch der verfickte Dreckswecker, Alter. Ich hab' ich noch nicht wahrgenommen. Ach, das wollte ich doch ja auch nicht, Alter. Oh, nee. Oh, nee, heute. Heute ist nicht my day in dem Game. Mal so ein Tare wie heute, Leute. Ich glaub, bei dem Auto gehen. Orange, dann ausgestiegen. Was soll denn hinlaufen, oder was, Digga? Was wollen wir da warten jetzt großartig? Let's go. Hast du Platten? Ich glaub, fünf Platten. Ja, hier hab ich nicht. Hier. Auf jeden Fall noch Platten am Auto da und alles. Das sieht noch zu aus. Hier ist das Auto noch drin im Haus. Also, ich weiß nicht, ob hier einer war oder ob der Hennigang ist. Ich hab noch einen Shop gefunden, Leute. Mitnehmen. Hier Platten nochmal. Garnaschen. Garnaschen, nimm doch erstmal zwei hier. Ich hab zwei, ja. Ich hab drei. Jetzt geht die Platten um den Kauf, die Drohne sparen, würd ich ehrlich sagen. Dass für euch okay ist. Ja, ja. Gerade so. Okay, sauber. Gerade so weiter. Okay, sehr. Ach, Maddy, ich trink grad von meinem Moselwein, wisst du, und du musst mich da so schon an der Seite anschießen. Du bist ganz ungewohnt. Großartig. Warte mal, hier, was ist das hier? Nee, Snipermonie. Was ist kalibriger Munition hier? Snipermonie. Irgendwo hinfliegt, oder? Da haben wir einen Kopfgeld in den Near. In den Near. Die haben es eben wieder gekauft. Über Richtung Powerplant rum. Die haben es. Da, ah, nee, 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 nicht da. Die haben den hier wieder gekauft. Nein, hier. Noch weiter rechts. Das war noch weiter rechts, war das, Digga. Die haben den hier wieder gekauft. Nee, auch nicht. Die haben selber einen Shop hier, wundertprozentig, Digga. Das war genau zwischen den beiden. Nee, da wo wir markiert haben, über den Shop. Hier, hier, genau da. Da ist der Shop, genau, Mati, ja. Da haben wir wieder gesagt mit dich. Die schießen aber auf den Shop. Die schießen auf die Hütte. Lass uns da oben hinfliegen, Digga. Dich nach unten. Ach, die Marker bitte wegschneiden. Den Marker, Junge, du Butterwirne, Alter. Ich stehe von mir, über mir, ja. Steak, Frank. Hau. Hau. Was ist denn deine Mails? Das ist ne gute Frage. Mit ne Ghostkiste, Leute. Ich, ja, ja. Mit ne Ghostkiste, komplett die scheiß Bar auf einmal, Digga. Komplett scheiß, ihr baut hier gerade. Ich hab selber einen Shop noch, aber bringt uns nix. Ohne, ich seh nicht mal was. Die waren unten hier. Die Hütte drinnen, rechts. Ich hab verfickte Null gekillt und jetzt... Warte mal, ich hab'n Geld für ne Drohne, oder? Nö. Hinner mir, hinner mir. Los, wo kommt er jetzt? Der liegt da bestimmt noch einfach oben. Und der war noch in der kleinen Hütte da hinten drin, Alex. Ja, das ist... Digga, Mann! Oh, das Game fuckt mich nur noch ab, Alter, gerade. Was, die fatzen Waffen, die ich hier habe, Alter. Boah, nee, Alter, leckt mich voll. Ich bin mit meinem Fass-Obel-Kursor, da ich forse durch hier, Alter. Und ich scheiß grad so rein in dem Game, Junge, Alter. Oh, nee, ey. Ich stecke die Kontrolle jetzt wieder ab. Ich mach jetzt von der Maus, das ist da durch. Kannst du knicken, Alter. Flett knicken kannst du das. Was hast du denn da, ey? Hast du denn jetzt? Ach, du hast die Kontrolle? Den hab ich, ja, ja. Naja. Zum Schabern, ich muss ja hin. Uah, Gulag! Mann, schnauze, hier zum Gulag, ja. Kein Platz hier an dem Scheiß, Alter. Ich bin abticken heute, Leute. Heute bin ich echt so ein bisschen... Brauche ich mein Bier heute. Die Auge habe ich noch nicht im Bot drin, die Auge, Diggi. Die ist mega, mega gut, Bro, aber vom Movement her halt nicht so sick. Da hinten ist der Slow, der hier markiert worden ist, oder? Ja, ja, ja. Kann ich den da so ficken, oder was hast du? Ich steh'n jetzt nicht mehr. Dann lass ich's lieber sein. Oh, der snipet auf mich. Von wo? Der nix hinter der Hütte dort bei dir. Unter mir ist der, Bro. Ey, Leute, kommt bitte mit, Leute, bitte, ey. Ohne Scheiß, Leute. Alles so ne Hurensöhne, Alter, wie ich schwir... Diggi, der hat nicht, der hat nicht... Der hat eine Platte nur drunter, ich bin tot. Der ist auch wieder rumgeslide wie der letzte Vollwurm. Lass mal ein Ding rauslegen, schnell mal, die Geld. Also ich geb' heute auf, Leute. Ich geb' heute auf, ich bin einfach meine normale Waffe KGM und Marco 5, da brauchst du halt für heute. Ein Bock mehr Versuche, dankeschön, Bro. Schön, wenn man mal auf in die Kiste gucken. Hört ja grad, wer ist denn von euch so laut? Das hört ja mit der Tastatur so, Alter. Ich auch nicht. Also ich hab' die Tastatur. Nein, dann hör' ich mich bei dir doppelt selber mit der Tastatur, oder was bei einem von euch denn? Hä, ist voll komisch. Hast du meine Gasmaske geklaut und alles hier, oder was, Alter? Ich hab' die Picschweine, Mann. Oh, Rucksack am Schluss, Mann. Wo sind die Gasmaske? Genau. Ich weiß nicht, ob es eine war. Scheißegal, lass mal in den Bunker gucken, ob ich noch eine Kiste kaufen kann, Leute. Ich hab' komplett die Rotzwaffen. Ich hör' mich doppelt die ganze Zeit, Leute. Dann wird das von dir kommen, Mati. Das meinst du, dass ich das natürlich selber höre. Gut. So, jetzt wenigstens ein Z-Ring klatschen. Was sagst du? Das zieht aber recht weg, das zieht's recht weg. Ich will trotzdem meine Augen noch weiter. Der fliegt hier drauf. Die werden gleich alle kommen, die werden gleich alle fliegen wollen, wahrscheinlich. Jo, jo, das hier einer, ne, die fliegen nicht, die kommen hier lang. Und fahren weiter. Leicht, das kommt schon. Digga, irgendwie ist heute nicht mehr der. Digga, bei mir wär' ich schon längst tot, Junge. Ey, wie viel die schlucken alle beide, Digga. Ich brauch' euch hier, Digga. Die sind vor mir, alle zwei. Ich seh' die schon längst tot, Junge langlaufen. Ey, diese Scheiße, wie viel die schlucken, ist nicht normal, Leute. Ist nicht normal. Jo, die wollen mich betäuben, ich brauch' Hilfe. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, hinter mir. Digga, ich steh' nicht, steh' nicht. Und links auch noch. Links auch noch, Digga. Nee, nee, nee. Movement. Movement is fuck, Alter. Nee, nee. Links. Links oder rechts? Links. Dein Teammitglied. Ja. Dein Teammitglied. Dein Teammitglied. Ja, ich seh' den, seh' den, seh' den. Aufgestützt im Haus, ernsthaft. Digga, irgendwie ist meine Maus, irgendwie, die Empfindlichkeit viel zu hoch eingestellt. Ja, die sind zu zweit oder zu dritt, Digga. Alter, nee, ich brauch' auf jeden Fall auf den Wein noch ein bisschen Bier, heute. Ja, ich mach' glaub' ich die Lupe, Bro. Ja, ja, ich fahr' mit dem Auto hin, Digga. Fahin' nimmst du das Auto rechts oder so. Da hab' ich gar nicht gesagt, ich fahr' mit dem Auto hin, Digga. Hast du mich grad nicht, oder was? Hast du mich abgehakt, oder was? Nee. Ich hab' gesagt, ich fahr' mit dem Auto hin, also hast du nur gesagt, nimmst du vielleicht das Auto. So, ja. Alles gut, da kommt'n Jeep zu mir, da kommt'n Jeep zu mir, Bro. Hau weg, da, hau ab da. Ich hab' das nicht vielmein' Aim ist da, aber irgendwie sterben die alle nicht, halt, dass ich viel. Keine Ahnung, Junge. Schwester, auch nicht. Irgendwie fühl' mich echt wie ne Fatsche grade. Oh, noch ne Kiste? Jo. Die hol' ich mir noch, hier wollen wir auch noch mal Geld, hier meinen guten Mati-Arter, da nehm' ich alles in Kauf, Rosa. Momentare, kannst du mal ab und zu mal lesen? Digga, willst du mich rollen? Alter, hab' ich mich erschrocken. Noch einer, Digga, die sind zu zweit oben im Haus und campen. Ey, Schwester, kannst du dich nicht beantworten? Da kann man sich nicht ausmachen, dass ich heut' viel Glück habe. Level 25, kein Prestige, hocken zu zweit im Haus, Alter. Oh, nee. Ich muss Luft tun, Rosa. Und da fragt man sich noch, warum ich die Arme auf dem Kopf habe und warum ich das Game hasse, Leute. Da hab' ich auch gesehen. Auch, oder? Ja, mehr nicht. Okay. Denken wir mal, das läuft nicht weiter, Alter. Was denn los, Leute? Ich laufe hier grad im Chat? Nein, Spaß muss sein. Was habt ihr am Wochenende so'n den Plan, Leute? Morgen noch mal Pisswetter. Ab dem Montag bei uns 40 Grad. Da muss ich Timmy sein Pool repariert haben, Alter. Ich hab' halt so'n schönes Laufrad gekauft, Alter. Passt nicht drauf. Ist noch zu groß. Tut mir auch richtig leid. Ich hab' sie so gefreut, da musste ich ihn durch den Garten schieben, meine Frau auch hier ans Zeit, weil sie weint hat. Der alte Sturkopf, ja. Ja, Kiste noch unter dir war. Bei dem Einsatzgebiet, ich hab' ich gedacht, ich hab' die gehört. Und sag' ich so, wie es ist, wenn wir nix so'ne Runde haben, jetzt, dann können wir danach wieder spielen, Alter. Auf immer noch nix so'ne Runde, schon mehr zu sein, hier, weil. Du kannst schon... Ach nee, du hast doch nicht mal... Oh, die Scheibe, bin ich bei dir Scheibe? Du kannst aber wahrscheinlich wieder überleben, wenn da hinten läuft, wie du hast auch diese schnell laufende. Ja, zwei wieder überleben. Erst bei dem Haus rechts. Du öffnest jetzt hier ein Fenster mit Gewalttaten. Über dir. Oder unter dir halt. Lauf schnell zum Shop, du hast dieses Flink grad noch drin, ne. Hätt' ich gehört. Hinter dir, hinter dir, drehe ich um. War auch mal ein guter Move, Chrissy. Ja, der war so ein Einkaufswagen, kämpfte auch schnell. Ich hab da oben ein Fenster, Bro. Geht's dir, hast du? Ich konnte dich grad nicht aktivieren können, ne. Ja, komm, zwei Leute, zwei Leute, zwei Leute. Dreh's dir vielleicht, geht's dir. Wird ja schon mit dir im Haus. Ja, der hat dich gesehen. Dreh's dir drauf vielleicht, dreh dich um. Ach komm schon, alter Mann. Lara, was? Jo. Neh noch. Ne Ahnung. Ich würd' nur eine ruhige Normal-Kaderia probieren mit meiner KGM und Marco 5. Wenn das denn... Das sind meine Favoritenklassen, meine Schwitzerklassen. Wenn das denn nicht klappt, dann können wir gerne Reboot probieren. Wie wird man schon mal eine Klasse fertig? Dann mach ich nämlich den 60er Mac rein, aber es hat auch wieder ein Ziel. ZV minus 60er Mac hier. Und dafür nehmen wir das Ding hier raus. Wir schreiben nix, weil es eh nicht richtig geht. Oh, Schnecki. Versteh ich auch. Versteh ich auch. Versteh ich auch. Versteh ich wirklich, Leute. Ja. Of meinst du heute eigentlich vernen, dass es nicht so sein darf. Wiráb Deixa uns ja, wie wir fragen eigentlich immer wie die Phantäne drinnen, alle einen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich hab ein Paketverlust jetzt gerade. Ja, ich hab ein Paketverlust jetzt gerade. Ja, das ist jetzt 0, ja. Ja, das läuft aber auch so nicht besser, das Game. Ja, ich hab ein Paketverlust jetzt einfach weiter, Alter. Ich hab keine Waffe, Bro, leider Gottes. So nicht. Leckt, Alter, jetzt wie Hulle. Ja, ich hab ein Paketverlust. 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 Aber dick, was haben die für'n Laser-Bro schon wieder die eine? Ich hab ein Paketverlust. Ja, ich hab ein Paketverlust. Ja, ich hab ein Paketverlust. Schildbräck hier drin. Ich hab keine Muni mehr, Digger. Digger, ich mach' ich hab' keine Muni, Mann. Ja, ihr seid so geil. No Muni. Die zwei, alle zwei bei mir. Okay, Warte. ein schnuckelhase viel vielen dank der finansterne und wo dich hin dicken schmerzer tom viel vielen dank bro heiko grüß dich hat sich servus wenn du hier gewinnst geht's zurück aufs schlachtfeld verlierst du ist ein gulag Ja, flieg schon mal vorhin noch Platten drinnen. Eine Kiste nur, oder? Sieht aus wie eine Kiste, Leute. Okay. Jo. Komm hingelaufen. Ist hier noch ein Auftrag in der Nähe? Oder willst du eigentlich Lupe machen? Ich hab jetzt keine Schilder. Wir haben schon gelootet. Kiste bei mir. Ein Schild gefunden. Kannst du das eigentlich annehmen? Wir haben nicht gerade überhaupt nichts. Deswegen, ja. Das nicht. Das ist ein Feind, oder? Bei die Ingo, Alex. Eine hat den Brezi gemacht. Bei die Ingo. Ja, unten liegt unter Kester. Doch bei den Zelten. Oh, die schießen schon von ganz hinten. Von der Halle, ja. Von der Halle oben. Nee, aber das ist oben von der Halle, ja. Ja, das war bei der Halle eben. Bei mir ist einer vor mir genau, Leute. Ich brauche Hilfe. Schau mal, lauf weg, lauf weg. Ich hab keine Platten, Leute. Ich brauche Platten dringend. Du kannst auf die Maschinen, du Schuss, ich krankam, du Schuss, ich grüß die�. Ja, das ist lecker wie die hölle. Das is'n Deutsche sind das. Ey, nack. Ginger Meltzer – sag mal die, schonmal platt uns. Ich brauche Platten unbedingt, Leute. Die Platten rauslegen. Ne, Olive, ja, ja, ja. man drohne reichten ja so kacke alter mit dem griff wenn seine ducie sein oder als ego dann kommen wir gleich ja ich sehe den der fliegt hier auf das haus drauf glaube ich hier nicht mehr der läuft unter mir lang ich habe keine leute die schießen da oben ja lupe zu ende machen oder weitermachen können der drohne kaufen auf jeden fall nicht die frage da sein im richtigen soll ich schon machen also aber kentrappmann hat auch jeder von uns um eine kiste drin aber steht wenn sie zu der mir noch kohle vielleicht oder doch lieber wie sie nicht lieber eigentlich mit meiner eigenen kinder und damit sie füttert schon er war ja zwei jahre ich mach doch nicht mal hier ist noch nicht mal der richtige wo denn ich will dich sehen am berg dahinten sind die bro ich mach mal ein präziger bei der lkw da steht das mit dem seien fliegen oder was ein bisschen jalla machen bisschen action nicht hochpushen ja natürlich müssen die kommen ich laufe rechts rum so ein bisschen ich habe mich gesehen die wissen jetzt kommen die müssen jetzt kommen hat wieder bleibt bei mir ja du bist ja sag etwas hässliche dennoch ein ob da was auf junge muss hier noch einer als mama musstest du immer leise hat ein schnauzen immer ganz anders groß immer ganz ganz anders aus thüringen zwei stunden mit lambo anderthalb mit rabbi 5000 na aber hallo bodi ihr bodi bist kriegst du jetzt hast du mehr als ich so ja digga ja ein bunker karten neuer hätten bunker was auch noch von so schaffen die schießen vor uns leute ich glaube die schießen von dem werk rechts auf auf die mine auf die mine unten und mal lieber weiter fliegen über mine drüber naja wir können hier hinfliegen mit dem sein weiter fliegen würde ich machen eigentlich oder wie ihr wollt digga da will ich einmal pushen da sagte christin weiter bin ich einmal dicht dann bleibe ich stehen und triff ihn mit gott rum ich wissen was nicht da falsch macht ja nicht mehr zu recht christ du musst das mal so sehen ja du bist ein turtle und ich bin dein masters blind die potten kommen ich bin gerade nur am pushen bro ich bin gerade nur am pushen der alkohol verändert mich chris ja also COD auf jeden fall hier dem bier geht nichts mehr bei mir den fetten wasserkopf genau ihr seht mal die also alter alter matti jungen guck mal auf dich jungen auf die kleinen dicken die fetten wasserkopf kinder alter ok tatsi denkst du denn nochmal ein glas wein das schmeckt echt gut muss ich sagen die kann ich noch trinken also du brauchst nicht alleine aussaufen ne auch heute heide 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 bra der plattenkiste mit genau ist gedroppt ne ich hab die ja aber besser warum komm doch hoch du bist den minus alter glaub ich wieder junten den spacken oh alter hatte ich gerne mal platten rauslegen hier guck mal die erste mal eine melin Strinne weil du mein bruder bist von hamouda Budi yo ey leck mich doch am arsch und die platten mit der herrn die alter bitte mich rollen oder was wenn ich jetzt sterbe alter ich fick mich selber Ich picke mich selber heute noch. Nein, nein. Lass mich doch so artikulieren, wenn ich bei anderen aufgewachsen, wie hier der verschiedener da ist. Bei mir gab's bloß A, S, S, I als Kontonance. Kontonance, Kontonance. Orange, okay. Verloben, verloben, verwerk. Ja, beruflich, komm mal. Den hab ich, der Chill-Break-Ganner, der Chill-Break da oben. Der Chill-Break, hast du den jetzt nicht oder was? Ja, der ist Chill-Break. Du schießt aufm anderen schießt du, Bro. Ich hab auf den hier oben geschossen. Aufm König der Löwenturm steht noch einer oben rechts. Ganz, ganz oben rechts. Ich henn mir gleich hin. Chill-Break wieder. Der fliegt runter, der fliegt auf unser Dach drauf. Der ist die Chill-Break auf unser Dach, auf unser Dach, auf unser Dach. Wir weg. Unibox. Fliegt. Ist da unser Dach drauf, Leute? Nicht. Was? Lass dir in die Tür rein. Ist aufm Dach drauf. Digga, ich brauch Hilfe, man. Auf dem Dach drauf. Meine Fresse, Leute. Matthias, komm, aim-up. Aufm Dach hinten ist der drauf, der Jockel. Ich traf den nicht, ich traf den nicht. Ich bin hier safe. Der sieht mich hier unten nicht. Was hier ist, der kommt. Die anderen kommen hoch. Kann nicht, ich mach das. Einmal von der rechten unten. Hau ab, Ganna. Ne, hau ab, Ganna. Lass erstmal sein. Ich komm zu dritt, hau ab, Ganna. Mach dein Ding. Ja, alles klar. Ich traf den Ganna hinter dir, Chrissy. Wie? Naja, der ist eh zu dritt. Der ist ja reposy von da oben aus, Digga, Alter. Von da unten geslifed machen. Wie ist es nicht? Rebirth oder noch eine Runde Kalle? Was sagt ihr an? Rebirth. Ja. Jetzt muss ich mal... Ich bin lieber Rebirth, aber ich wäre lieber für Kalle, aber... Wir lassen erstmal eine Runde Rebirth und wenn... Wie ist es los, Digga? Wie ist es denn? In der Runde Kalle nach Rebirth. Ich muss mal kurz vorlesen. Ich hab das auch wieder heimlich aufgenommen. Oh. Heide, Heide, Heidebra. Warum komme hoch? Minus, Alter. Rauslegen hier. Drinnen, Brudi. Joel. Leck mich doch am Arsch. Selber. Ich ficke mich selber heute. Noch alles bei mir. Gabs Assigirds. Orange. Orange. Okay. Da oben, oben, oben. Geschossen. Ich finde Lärchen drauf. Drauf, Leute. Wo ist denn der Tür rein? Drauf. Hilfe, Mann. Auf dem Dach drauf. Meine Fresse, Leute. Matthias. Komm im App drauf, Jockel. Ich bin ja safe. Nicht, Matthias. Komm mir gerne. Hm? Das ist okay. Das ist ganz gut. Ich hab einfach aussehen aufgenommen. Wenn meine Frau Sprachnachricht so oft... Das übersetzen die. Das ist wie ich meine. Eine ganz normale Sprachnachricht. Und die schreiben dann halt. Du heilig halt. Da siehst du mal, wie das aufgenommen wird. Was? Äh. Hoch sein, alles klar, Siri. Bessere Pose von der oben aus, Digga. Oder London the collar sagt dir an. Ah, so sieht das nicht so aus, der Digga. What the fuck. Du bist halt übersetzt, Samudis. Da kann ich mir vorstellen, so halbwegs wie der Untertitel aussieht, ne? Fast richtig, ja, ja, klar. Bin ja auch so ein bisschen nicht frächer, meistens. Ein bisschen verständlich kann man das schon verstehen. Doch, 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 Alter. Du brauchst noch ein bisschen Selbstbewusstsein, um den Text zu lesen, Leute, Alter. Was ist da jetzt aber passiert? Ich krieg schon wieder Stars rein. Von Marco und meinem Brüder-Mutti. Oder Alec Cabro. Vielen, vielen lieben Dank für deine Sterne, mein Sieber. Vielen, vielen Dank. Wir können mal ganz kurz mal reingucken in den Fahrrad-Vlog. Ihr könnt mal gucken, ob ihr die Kamera-Perspektive so gut findet oder nicht. Hab ich so aufgenommen. Ist das so okay oder soll ich lieber am Lenker dranbinden, die Cam? Ich bin nicht auf dem Kopf. Ruckelt aber ein bisschen, ja. Mit den hinten jetzt nicht so gut ruckelt, Alter. Muss ich mit meinem Handy auch ein Kopf kleben, auch nicht so schön. Krieg ich auch hin. Aber du hast nicht mehr die Tastatur, oder? Wo du so rankleben kannst, reinstecken. In der Tastatur. Oder alten G9010 hast du noch die fürs Handy gehabt. Dann kann ich mit der Kurve nicht das Problem, aber... Ich kann auch mein Handy aufnehmen, weil die kann ich sie tausendmal besser waren nicht. Und ich gucke mal die neue G9010. Kann ich immer vorhin mal absetzen. Die kann ich sogar auch live gegen, glaub ich, mit der G909. Jetzt hab ich den Stabdlust mitgekriegt, das hier aus? Was probieren Sie gerade, ja. Heutzutage gönnt einem wirklich niemand was. Egal was du kriegst, was du wachst. Warten wir das zu lassen mit der Kamera trotzdem, oder wenn man da irgendwie... Weiß nicht. Der Motorrad-Vlog hat immer gereicht, Alter. Oder weil die neidisch sind. Bei mir ist das halt, weil ich hässlich unneidisch. Das wisst ihr ja selber, aber seid uncool. Einfach mal zufrieden sein. Ja, was ja, wie willst du's machen? Oder auch erreicht hat, dass sie sich nicht anders machen. Naja, ne, und könnte noch eins am Bauch dran binden. Da muss man den Bauchhalterung noch. Weiß nicht vorbei, ob das so geil kommt vom Bauch und... Die hat richtig Lenkern so alles. Sie sind Perspektive wie ich. Wie wenn du's meinen, oder du's meinst? Ja, aber du bist ja nie dran, so was halt mehr Überblick zu... Na, das ist ja so geil. Wenn ich was sehe, sieht ihr das auch, weil ich mein Kopf, dann da liegst du rechts. Ja, der ist viel besser, glaube ich, oder? Ja, der ist viel besser. Ja, der ist viel besser, glaube ich, oder? Du meinst ja, wie ist die Qualität? Kannst du das gut erkennen, oder ist das scheiße? Ja? Dann würde ich das so weitermachen. Vielleicht das morgen hoch, oder so. War gut, so ein bisschen wackeln ist doch okay. Das ist mal voll mit dabei. Das war jetzt erst mal so ein Probevideo. Ja, Leute, das war jetzt kein... Das war einfach bloß für Probe, für mich. Und wenn ich sehen kann, okay, die Kamera, der Ton... Ich muss sagen, das Mikrofon... Was war denn da gerade links an? Haben wir das gesehen? Mal zurückschule, warte mal. Ist da gerade links an gelaufen, oder? Das Großes. Aber Qualität ist in Ordnung. Ja? Was sagst du denn Handy? Hätte ich gerade was links lang gelaufen? War das schon da, oder? Wo war das gerade? Wird das so aus, Alter? Da ist was lang gelaufen. Hast du das gesehen, was Großes? Guckt mal hin! Links! Linke Seite an dem blinkenden Baum. Da rennt was lang. Guckt mal hin! Jetzt ist Stopp! Da, genau da! Da ist das Vieh! Müsstens mal drauf achten! Was ist denn das, Alter? Ja, ja. Guckt mal hin jetzt! Wildschweine! Das läuft direkt neben mir genau. Habt ihr das gesehen? Ist genau neben mir gelaufen! Linke Seite! Hier, guckt nochmal! Warte! Hier läuft jetzt linke Seite gleich. Das guckt man noch schnell. Ihr könnt euch markieren. Ich gucke mal wieder vor. Wann ist das Video? Sind wir jetzt schon weiter? Ich war aussehen, oder? Hier kommt das jetzt? Das kommt jetzt hier! Jetzt passt auf! Linke Seite jetzt! Da sieht das läuft schon wieder! Genau ein Baum langsam! Sieht das nicht? Guck mal hier! Genau hier! Ja? Das läuft links weg, Alter! Siehst du, so eine Sachen sehe ich selber gar nicht! Auf einem Video sehe ich das! Ist auch voll witzig, ey! Aber so werden ungefähr die Vlogs denn aussehen, Leute! Hier werde ich versuchen 1, 2, 3 die Woche rauszukladern! Eigentlich voll cool! Na immer, Digger! Ich bin raus, nicht zu sehen, Leute! Wir lassen's hier irgendwie wieder! Daphil! Daphil, sagst du Gaphil runter! Mein Gott, ich sei da jemanden! Sei einfach nur frei! Nicht gefilmt, damit ich mein Rücken ein bisschen gerader sitze und ich Rücken geschmerzen habe! Du Eierhalt, Junge! Unter mir! Unter mir! Ich hab einen, Leute! Hab einen! Na klar findest du wieder ne Waffe, ey! Es ist so leh, Mann! Es ist so leh! Willst du noch einer, Matti? Ja, neben mir, glaub ich! Ich hab auch gerne Waffe noch nicht! Ich hab einen Raketenwerfer, den wir hier übernehmen! Sniper! Ey! Sniper! Und noch eine Sniper! Ein Gulag-Zugang vielleicht, wenn das wär! Schnapp sich das! Wo ist der, Matti? Du musst reden, Matti! Wo ist denn der hin? Was soll ich fassen? Der hast du bei dir im Haus! Mann! Regie! Ich lasse dich nicht sterben! Keine landen! Kein Teammitglied! Kein Hammer runter Zeug! Team Vibes! Warte mal kurz mal, ich komme, Bro! Oh, nimm dir erstmal an! Ich bin für dich da! Nimm! Alles! Ich hab einfach mal eine allständige Waffe genommen! Du, Nota, du! Wie geht's dir, Schmatzerbau? Ich grüße dich, Rafa, mein Bruder! Mir geht's ganz okay, Schnucki! Wie geht's dir, Diggi? Ich muss eigentlich meine Tablettes übernehmen, weil ich müde werde! Ich hab heute noch eine höhere Dosis gekriegen! Die scheinbar liegt quasi ein Stück davon aus! Ich sag, leck mich doch! Oder bist du mir umringen? Ja, ein bisschen, ja! Aber ich sehe ihn, Alter! Das finde ich auch, Alter! Weil ich so viel probiert habe! Und vor allem nach dem vierten MRT haben die erst gesehen, dass ich da irgendein neurologisches Nervenkrankheit habe, weil die Nerven zu dick sind, Alter! Das ist bestimmt trotzdem schwierig bei dir, das alles zu dick machen! Das ist auch schwierig! Ja, ja, natürlich! Die Schulter, die ist komplett ohnehinne! Voll dreimal operiert mit Schrauben drinne! Da sieht keiner mehr was auf dem MRT, ist das Problem! Aber wie sind die Tabletten? An sich zu vertragen? An sich halt so? Die sind gut! Die nehme ich ja trotzdem noch! Ja, aber ich sag mal, von der Verträglichkeit... Ja, doch, besser! Doch, doch! Die DIN habe ich so oft kotzen, Digga! Teilweise jeden zweiten Tag, eigentlich! Manchmal eigentlich im Stream, aber was habe ich aufs Polk? Wie ich kotzen? Muss ja keiner wissen, aber... In den Tabletten habe ich kein Übelkeitsgefühl, kein gar nichts, also... Das ist gut, ja! So, wir streamen jetzt noch mal... Wir haben ja auch, Bro, Alter! Wir haben ja auch... Ich habe auch bis 90 FPS gerade, merke ich so, Alter! So, jetzt gehen wir auf jeden Fall danach mal neu starten! Lassen wir das Kopfkrieg annehmen, so an der Attacke! Alter, ist das schlimm! Ich sage euch noch mal zum Erwähnen, Leute! Ich kann die Kommentare bei euch momentan nicht lesen, außer ich aktualisiere diese selber! Weil Facebook wieder ein bisschen rumspint! Also, wenn ihr irgendwas schreit, würde ich nicht zurück antworte! Seid ich gleich irgendwie traurig, bocklich oder sauer! Dann einfach, habt Verständnis dafür! Ich hoffe, das wird am Sonntag wieder funktionieren mit den Kommentaren! Ähm... So! Spritze auch mal rein! Von uns? Ne! Von den Gegnern, okay! Wir können da vorne eine Drohne holen, wenn ihr holen! Drohne? Ja, way not! Da haben wir jetzt Geld zusammen! Der Kopfkrieg ist rechts, Leute! Wollen wir die holen oder? Kopfkrieg kommt da, Bro! Kopfkrieg kommt da, Bro! Als wenn er es genau wusste, dass... Da stehen sie da irgendwie vorher in mein Fenster rein! Sauber Schildbreak! Da hatten die die Drohne draus! Da ist noch einer von denen! Werfe Granate! Hier war you, Digi! Let's go, Bro! Reicht! Der ist jetzt oben drin, oder? Oh, vor mir! Geldbeck wenden! Wenden! Ich weiß nicht, keine Ahnung! Schießen alle auf mich gerade! Ab in! Wer? Das Kopfkrieg! Man! Ja, Digi, Alter! Das war mir auch... Das ist ne Fettschwein! Hab wir schon lange, Bro! Rucksack hat's Kinder gehabt, oder was? Hier hast du Rucksack noch? Man kriegt sich wiederbeleben! Ist dein Rucksack hier, ja? Ja, nehm ihn, nehm ihn, aber... Und das ist nicht mal einer, der liegt da oben! Ne, würd ich grad sagen, Alter! Das sind ja auch nicht Strom, du ist, wenn... Ja, dann muss hier irgendwo... Weißt du, ja, ich hab mir nachher wieder... Gebt dann nachher wieder... Ja, aber ich will dann mit pushen zu euch, auf einmal sind die beide bei mir wieder... Na, ich wollte links rum pushen, Digi! Digi! Das ist das erste Mal gut, Digi! Sag ja, das ist gut, Digi! Ja! Bullfrog genau selber, Digi! Das ist der Bullfrog! Ja, ja! Ja, ja! Die ist aber gut, jetzt ist sie jetzt mal! Ja, nein! Das war früher auch schon mal gut! Thank you! Musst du ja nicht spielen! Einen Tipp, Alter! Das ist der Rucksack! Siehst du das? Die hab ich da wieder euch schon gesagt! Oh, die hab ich da... Bunkerkarte, ich kann's dann mitnehmen! Wollt ihr eigentlich schon wieder schlagen für die Aussage? Wollt ihr eigentlich schon wieder schlagen für die Aussage? Wollt ihr eigentlich schon wieder schlagen für die Aussage? Ich geh' wieder raus! Ich geh' wieder raus! Ich geh' wieder raus! Ich geh' wieder raus! Ja, das ist gut! Ich geh' wieder raus! Ich geh' wieder raus! Ich geh' wieder raus! Geh' wieder raus! Geh' wieder raus! digga nick dich hau dir den arsch voll nick mein lieber mr bombastik so fantastik muster 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 ein auto ran fahren würde ich will das auto jetzt mit dem blöde mann ja genau jetzt für dumme in gedanken ist die stück soja gasmaske hässlich für dich gasmaske geld raus schmeißen ich kann die drohne kaufen wir haben das auto ja leute ja 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 ich habe einen bock jetzt ja ewig durch hier hin zu schützen dann kommt mal ins auto rein matti los wo bist du matti alter ohne drohne rausgekloppt leute das ist ja schon mal gleich vorne raus ich war ein schickchen weiter da haben wir in gewissen hat super gesprungen oder jetzt riecht das nicht gut aus dem markt das bb noch ein glas wein dann war sie über für mich oder schmeckt sehr gut also die mosel in der möse heute abend das vor mir der dud ja komm 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 was ist denn los fettzi ist aber gut hier du der war frech alter der war frech wiederbelebt hat er sich wiederbelebt ich brauche höhe weil die sind vor mir alle die wixer im zelt noch einer im zelt noch einer das ist der im haus gar nicht der wiederbelebt ist ja warum zelt vor mir blaue marken matti das habe ich gleich habe ich gleich die sind hinter mir die kopf da komm 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 die sind lau die schießen auf mich als die wixer noch mal eine drohne holen hey mein herz platz thank you very much babe yes 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 voll der glas der shit schmeckt baby hm 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 ich brauche das geld für matti alter du vollskopf mach elack jetzt hier die landen schon hier vorne daaa und hier oben auch noch daaa daaa tadaaa da bin vorne tadaa mamaa yalla yalla baby hau raus ja ja hau raus die sind vor uns gelandet ja hau raus die schieße ich noch von hinten ey lass den jeep wieder nehmen wenn wir zum seil hinlaufen lass den seil hinlaufen lass den seil hinlaufen ich richte mein herz platz sehr sehr schön von dir finde ich echt mega toll knud schießen auf mich glaube ich ja schießen auf uns ja oh von dem scheiß turm alter na wie duu sind vor mir ich hatte sie gut jetzt geht ran du bist schon immer hinterher ich muss ja umlaufen ich bin jetzt gegonstet ja ja unter mir läuft einer unter mir schildbeck der dude was bist du hier bei mir ja 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 von oben im turm oben im turm sitzt der wixer drinnen alter ist der nicht ein sauber oder was hat junge kann man durch die wand schießen oder was leute ey kann man nicht dann fliege ich da drauf gleich den mach ich nackig leute ich bin nur auf krön müsste da auch noch einer sein jo leger bei mir vor mir eins hundern habe ich geholt vor mir habibi habibi der muss rausbringen wo ist der hin dann sag doch halt was leute innen von bildern kommt Karli, ich hab's auch nicht gerade gesehen. Bippe, Marco 5 ist göttlich, Alter. Ja, die gönnen wir die, ich hab bis jetzt ne Huren so drüben. Ja, okay. Bis jetzt nur 14 Runden hier habt, Leute. Jetzt soßen wir noch mal an, Leute, auf die Runde mit nem Glas Wein. Auf euch, Lieben, auf die Gesundheit, auf die Familie, auf den gesamten Heil. Das war doch so richtig. Ja, gut. Der Wein schmeckt absolut göttlich, Junge. War nicht mehr so guten Wein getrunken. Wenn wir zum Direkt laufen, oder, Leute? Ich hab so einen Mikro-Lex, das ist normal. Ich hab einen Mikropenis, auch nicht so schlimm. Auch nicht so schlimm. Boah, ist so peinlich. Hab ich mal bei YouTube gesehen, da haben die so ein Video gemacht, da geht ja ein Edeka oder irgendein Laden, der Dude, zu der Kassierer und sagt, haben sie Kondome? Und dann bringt ihr den zu den Kondomen? Und dann sagt er, den haben sie auch Kondome für Mikropenis, Alter. Das war so unangenehm, das beim Fremdchen beim Zuschauen, Digga, Alter. Fremdchen beim Oben fliegt ja nach unten. Ja? Ja, hab's gesehen, hab's gesehen. Na, Digga, was soll ich denn schießen, Digga? Ich bin doch kein Aim-Gott. Rechts oben hoch, Bro. Ich mein, klar, ich... Ich mein, klar, ich hätte ihn jetzt nicht gekriegt, so wusste es nicht, aber ich wollte auch nicht schießen, Digga, Alter. Ja, du, Alter, du... Hast du Waffen, Chrisi? Ich hab meine Waffen, doch. Ich hab doch gehärtet, hab grad alles rausgemacht. Achso, wusste ich nicht. Wolltet ihr jetzt was abheben? Bist du dich meiner? Der ist dumm anflogen. Alles, ja... Denk an dich, aber ich bin schneller als du jetzt nicht. Merkst du das? Da ist Skeletten-Ding da drauf. Macht viel aus, Diggi. Wahrscheinlich nicht, ja. Guck mal an. Guck mal an. Guck mal an. Ohne Scheiß. Mann, wie schnell ich bin. Ich weiß gar nicht. Kennst du Slided, die Endzeit? Bist du? Hast du Kennst du Slided? Ja, ja. Okay. Woll mal rechts zum Ballon oder was? Ja, ja, ja. 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 Die Runde krieg ich's richtig in alle Löcher, Alter. Jedes Mal bin ich da hin. Schildbreak, einer, noch einer. Schildbreak. Digga. Ah. Ich hab zwei K.O., Digga. Nicht zwei K.O. Zwei Schildbreak mein ich. Ja, zwei Schildbreak aufm Berg. Zwei Schildbreak gehabt. Bei mir, bei mir, bei mir. Ich komm zu dir, hässlich. Ich komme. Zwei Leute, mindestens. Einen hab ich. Wie wohnt es der oder was, Diggi? Ich seh die oben, ja. Ich seh den oben. Schildbreak oben, Chrissi. Schildbreak hat der oben. Ja, schildbreak. Ist runter. Ich fahre ja nie wichse, bitch. Rucksack für dich hässlich. Ey, hab ich, hab ich. Aber ich würd die wegnehmen. Naja, vier sind nicht mehr drinne. Brauchst du noch welche? Eine Lade um eins. Gebt, Bro. Wer für Granate. Oben liegen noch Platten bei mir, wo ich grad war. Hier. Platten. Hab ich, hab ich. auch verletzig bin. Hast du, okay. Den Humi-Bot, die spürzen oder irgendwas? Was haben wir? Spürzen für Moody. Nee, nee, hab ich nix, Bro. Oster Moody. Schönes Teamwerke, Cardi. Mach ich mal auch gesagt. Ja, mein Schnuckelhase. Ich bin bei Long noch name and Moody. Hinter mir. Ich brauche Hilfe. Oben Berg, ja. Nee, nee, vor mir. Hinter mir. Hinter mir, Digga. Hier. Eine Fabrik irgendwo. In dem Ding drin, an dem Verbinderbau. Sicher, ja. Jo, hab mich da gesehen. Hier drinnen. Das scheiße, lass den Einkaufswagen. Komm, hör auf den Nutten. So, Digga. Hier ist der Shop, Digga. Wo ist denn der Shop? Hier hinter mir ist der. Hier? Geld liegt, Leute. Ich brauche euch. Kann doch halt genug Geld. Nee, reicht nicht für eine Drohne für Garner. Matthias, wir brauchen dich. Er ist bei mir. Ich sage es doch nur. Ja, der ist bei uns alt. Er ist bei mir. Du bist doch nicht bei uns. Du hast doch noch nehmen. Ich hab anders reichen musst du. Komm, hol ab da du Lappen, du Euter, du. Wenn man wieder meinen Bauch eingreben. Ey, Leute, ich hab mich gestern zum ersten Mal mit unter der Arme, mit so einem Wachs, Digga, versucht zu machen. Und ich hab das Ding einfach nach dem Ding auf der Arme drauf. Ich hab mich voll verbrannt. Das war 125 Grad. Ich hab nicht wusste, dass man das trockenen lassen muss vorher ein bisschen, Alter. Der Wachs oder was? Ich bin da, Bro. Sind die? Die sind hier Cluster jetzt. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg, hässlich. Der Cluster fiegt uns zu uns. Die müssen eh zu uns. Wir kriegen ihn von da ab, eben. Ja, ja. Matthias, mach dich. Matthias, mach dich. Mach dich, mach dich beschossen. Stimmst, Manni? Wir provozieren immer, Digga. Das mach ich so gerne. Dafür liebe ich euch doch. Wähme dich ab, Matthias, du kleine Gurkenrambo. Papa ist da für dich. Was sind die, Manni? Was siehst du denn? Gattachchen, wo schießt du drauf? Gute Hits oben bei dir. Richtig auf dem Haus, oben nicht drauf. Da reingelaufen, auch. Keine Platz mehr. Lass ihn pushen. Ich pushe da entgegen, Digga. Wir helfen, Matthias, komm. Er ist unten schon drin. Er hat Chip-Wakeup unten bei dir alle. Er muss hochgerannt sein, Diggi. Unter dir genau, Matthias. Bei mir hier noch. Bei mir. Oh, die haben sie von oben abgeschossen. Mund zu Mund. Leg dich hin. Der ist hier. Der wurde abgeschossen von oben, Leute. Von unserem Dings. Warte, warte, warte. Wiederverlebt, 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 wiederverlebt. Hab die oben gut angehähtet? Warte, ich brauche Hilfe. Jawoll, du warst da, mein Sohn. Der ist da. Der ist so geil. Der ist so geil. Der ist so geil. Ich hab die oben schon gut angeschossen. Das ist unser Kopffeld oben. Dankeschön. Alles gut, man hat sich. Wir haben nicht so die. Oh, jetzt ist nichts mehr gut. Ihr kommt mit dem Chef. Wieder gute Hits. Den Jeep? Oder was? Nee, nee. Oben, oben, oben. Also mach ich den Jeep. Ich wünsche noch Armbäger. Habe ich? Nichts. 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 Vor mir direkt. Kann ich's machen. Habe ich ne Scheiße. Komm, dich abholen, Matti. Das Ziel ist verloren. Niemand außer dir. Wo bist du? Bist du hier oben? Oder was Leute? Vor extra ins Gras rein. Sag halt was, Digga. Ja, ich bin direkt einfach erst weg. Ja, dann sag, dass du es schaffst, Bro. Ist der oben bei dir jetzt nicht, oder was? Einen habe ich, ja. Da ist noch mehr oben. Ich komme. Der ist auf dem Berg. Das ist zu winden. Winden, das macht mich fertig, Alter. Der ist vor euch, Leute. Happig. Einen happig. Das Weib? Das Weib, ja. Das Weib muss nicht erinnern. Von der Olle, Alter. Irgendwas hier sagst. Und hier ist noch mal ein Rucksack. Da ist eine Platte drin. Die brauche ich selber, Alter. Fickt euch doch. Oh, meh. Da hätten zwei Platten von euch. Ich kann doch mal her, hier. Irgendwas noch zwei Gasmasse. Hab ich, danke dir, Matti. Habt ihr den Rucksack hier gelootet vorne? Ja, glaube ich. Ach so, das gleiche saugt, ja. Hab ich jetzt so'n scheiß Messer? Haben die keine Granaten gehabt? Weil ein Messer aussehen auch wie oben. Nö, haben sie nicht gehabt. Wir könnten noch mal hinkaufen. Am nächsten Mal meine Drohne holen. Die müssen zur Sicherheitszone. Sofort! Soooomit ist gleich ohne. Was, der Chat geht nicht weiter. Der Chat lässt die ganze Zeit schon nicht Christian, Digichen. Mit laufenden neuen Kommentaren fehlt mir was. Der Teacher war ja. Das war also Christian. Das war also mein Schnuckelhaar. Leider Gottes. Ich hoffe, das geht am Sonntag wieder, Bro. Dann lass uns mal hier in den Bunker reingehen, Digi. Also hier kann man eh nicht zu gut. Da bringt nix. Lass mal recht zum Shop. Recht zum Shop. Da kann man mal Dronen kaufen. Dronen kaufen. Legi Dronen kaufen. Ich fick da jetzt nicht mit Dich rein, Bro. Du meinst ja nicht böse, Chrissi. Jetzt ist schon mittlerweile Late Game. Ich würd schon die Runde mal irgendwann versuchen zu gewinnen, die Scheiße. Geht's mir auch besser. Na gut. Was denn? Ja gut, alles gut. Es ist ja nicht mittig da links, aber... Alles schon besser. Ich hab hier noch ein Problem. Ich mein ja nicht mittig von mittig. Ich mein einfach so mittig rein so. So war das gemeint. Ja, ja, ich weiß schon. Jetzt liegt. Was denn da los, Junge? Ja, legen Sie. Ich würd hier links hin einfach. Ich fahr'n wieder hier gerade aus. Ich stell' das Ding da. Lass uns links rum. Wir sind alle einzelne Digger. Wir gehen ins Haus links rein. Wiederbelebt durch am Shop. Der hat wiederbelebt. Der ist noch über uns, Bro. Also ist einer im Haus jetzt, den werden wir wegholen. Der einer ist unter uns. Der einer ist wieder beliebt. Das war so klar. Alter, immer mach ich die Runde, Alter. Der einer ist weg, hä? Von Einzelner sogar, Bro. Im scheiß Haarhaus drin, er wieder. Das Rohrhaus oder was weiß ich. Na ja, Haarhaus ist ja richtig. Stopp. Ja. Das einzige Drohne ist aktiv. Weiß doch, Jod, Alter, ich hab keine Platten mehr. Ich hab noch sechs, Bro. Ich hab sieben hier. Ist ein Shop gedroppt, oder was? Ja, da ist aber ein Shop. Habt ihr den gedroppt, oder ist der einfach schon so da? Lass ich mir noch eine rauslegen, Alex? Ich bin oben gerade hier. Oben liegen noch mehr, Chrissy. Oben liegt auch noch eine. Ich lege die welche raus hier oben, wo ich markiere. Danke, eine Lande. Scheiß, gut. Ja, alles gut, mach den doch hier. Warte mal, du hast wieviel hast du? Ich hab jetzt vierer. Warte mal, warte mal hier. Hast du sechse. Oder sieben, ich hab, behalte einfach. Egal, komm, behalte. Scheiß drauf, Diggi. Mati, nochmal, Mati nochmal. Götter, Mati. Hör, wie, ich weiß nicht, wie du denkst. Ich spiele mich einmal wieder an meine KG, meine Mark, oder wie zu rund hier. Ah, Digger, wie viel ist das Ding in meiner Nase? Ich will doch nicht. Ich will den Ballon einfach versuchen, oder ne? Ich gehe mal links, Leute, ich gehe mal links. Rechts sieht man so viele auf dem Dach drauf. Alter, wir haben jetzt da oben. Ich move jetzt hier über links. Ja, kann man machen. Ja, muss man. Oh, Digger, ich bin gleich tot. Jawoll. Ich gehe nicht zum Einkaufswahn. Ich lasse natürlich, du kannst ja nicht einkaufen, Bro. Wir müssen den irgendwie gemeinsam lasern auf dem Dach. Warum denn? Ich bin doch hier schon links, Digger. Ich habe und dreht sie doch. Ich laufe über links die ganze Zeit, Leute. Ich schieße keine Ahnung, ich bin schon voll. Ich bin auf das Dach jetzt da. Und das Dach lieber. Digger, wie viel Bunkerkarten. Digger, eine Bunkerkarte. Die zweite Bunkerkarte hier ist ein Witz, Alter. Ich fliege hier weiter, Digger. Die sind mal zu mir hier und dann runterkommst du mir. Ja, ich bin echt blöd. Ich wollte jetzt auf die Idioten warten. Wenn das vor mir eh noch ist, oder was war das da gerade? Es leben noch 20 Leute, Herr Mutis. Vor uns in der Halle sind die drinnen, laufen die gerade lang. Die überleben sogar wie am Shop, glaube ich, Leute. Einer ist gerade links im Shop gerutscht. Yo, die schießen mich noch vor uns. Ich besuche keine Platten mehr, Alter. So, hallo hier. Wo wurde denn einer noch geschossen? Danke dir, Bro. Wo wurde der geschossen gerade? Komm, glaube ich. Die kommen, Alter. Die wollen es da haben, die Wichser. Und wo schießen die denn? Hilfweg einmal. Da habe ich keine Warte mehr. Komm her, Mati, komm her, Mati. Hier, zwei Platten. Aber auch nochmal hier. Dann denkst du eine, sonst kommen die jetzt an. Er braucht noch. Mati, hier. Mati, noch eine. Komm her, Mati, kurz vor mir hier. So. Geht's vor. Die werden auch beschossen, Digger. Geht's vor. Wir haben ihn kurz ab. Scheiße, scheiße. Das ist ein Push, ein Mörder-Push hier. Das sind noch tausend Platten. Jawohl. Wo denn? Ja, hier liegen überall noch welche. Gut. Überall, ich sehe hier, ne? Er ist auf dem Dach. Ich habe sieben. Er ist auf dem Dach, einer hat aufgeflogen. Dach über uns. Hab ich. Digger, Mati, zwei Platten raus. Digger, fetten Heli gekriegt, Digger. Auf dem Dach kriegst du bei mir oben noch einer. Einer ist K.O. auf dem Dach. Unter gesprungen, Bro. Ich brauche dich. Jawohl, Digger. Oben auf dem Dach. Der ist nicht gefinisht oben auf dem Dach. Der war K.O. Ich weiß nicht, ob der gefinisht ist. Der wieder bin oben auf dem Dach. Ich weiß nicht, ob ich nicht. Weiz, weiz. Hm. Ich will den Ding erstmal töten. Die sehen ich nicht, gell? Die sehen ich. Die sehen mich, glaube ich, nicht. Nee, bis jetzt noch nicht. Irgendwo. Kannst du die Tür aufmachen? Kann ich da reingrabbeln bei dir? Ja, komm. Ich glaube, ich bin nicht rumgekrabbelt. Ich muss das ganze Ding krabbeln. Ja, ja. Ja, ja. Bo, such's aber. Aim einfach ab, Bro. Freitert auch genau über dich. Ja, Alter. Nutzen, Sohn. Jetzt habe ich. Na, jetzt sehe ich meinen Arm rückestens. Jetzt habe ich. Wenn meine Frau so liebevoll zubereitet hat. Doch, dann hält der komplett der Schussschuss. In den Raum oben rein. Was? Da rein, da rein. Was? Hallo, oben war was. Na, unten. Hm, einer reinlaufen. Oh, mehr, die habt ihr, oder bist? Wie, ich, ich, unter ihm. Ja, Mensch, ja, hundert hier rein. Oh, mich. Nachladen. Nein, nein, ich jetzt nicht. Hm. Ich bin voll, ich bin voll mit dem Aush. Hm, ich bin sehr light. Dann machen wir weiter alles. Alles gut. Mann, Mann, Mann. Lass sie das nicht gleich fixen. Oh, das Facebook. Auf die Beine, ich finde das echt mega bemerkenswert, Junge. Die ganze Zeit kann ich schon mal ein Stream einrichten und immer alles laggy. Dann kann ich es nicht während des Streams mehr umändern, was alles vorher geht, ich weiß nicht, was da los ist. Irgendwann kriegt man denn das scheiße Visier, das 3 bis 8er, äh 3 bis 6er. Ist das das letzte Visier bei der KG? Kannst du mal gucken? Warte. Das muss das letzte sein. Ich hab's immer noch nicht. Hm. Ich mach mal mal runter, das dauert ein bisschen. Ja, ist das letzte. War doch davor nie so, das ist das letzte. Fabi, grüß dich, mein guter. Nach der Facebook Gaming Act geht's auch nicht bei jedem, Tobi. Ich hab' nur für Android, ich hab' einfach nicht. Pasen auf Einsatz. Zeit, sich bereit zu machen. Ich hab' ihn gefragt. hm hm Ich geh schnell hin, da was denn? Jetzt ist es los, das ist der Erwarteil für Einsatz im Kriegsgebiet Ja, Finken habe ich nicht mehr geschafft Finken muss ich nachher machen Die sind groß sind wir schon Kriegt eine Home-Ton raus, ja, würde ich hier irgendwann erwähnen, aber ist halt so Ich glaube Matti ist noch nicht da, oder? Ich bin da Nur noch Bier aufgenommen Ja, das ist schon, Bier muss ich auch aufklären, aber ich muss jetzt meine Zuckertabelle mit meinem Schatz Wein saufen Verstand es, ich kümmere mich an Kommt welchen mit, glaub ich Okay Hinter dir, ja, oder neben dir, genau, ja Ja, ja, ja Also das Dach drauf, Leute, macht die Waffen bereit Ich glaube, die fliegen aber zu Einfamilienhäuser, oder? Ne, 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 ne Wollen wir mich schnappen, Matti? Okay, da gibt es richtig Lust, Gruppenkeile, Gruppenkeile Gruppenkeile, Gruppenkeile Wir haben noch nicht raus dem Namen von dem Assis Digga, hier, Digga, Matti, Matti Alter, Matthias, Digga Alter Bro Deine Scheißpistole oder Hauen Ja, bei mir auch, Flutti, bei mir auch Bei mir auch, grissi Ja, kotcht mich das an, Alter, ehrlich Das ist der Gulag Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz Ich glaube, Matti ist ein Maugruf, der lebt noch Macht eine ruhige Schiene Mhm Der macht die Maugruf, der ist doch friendly, er hat dann mit denen Kämpfe dich raus, um zur Front zurückzukehren Wenn du verlierst, bist du erledigt Beweise, dass du es auch drauf hast, Soldat Der macht bloß Macht der nur Ja, nice, Matti, Digga Du bist es Ich glaube, ich spiel jetzt mal den Runterspaß Cooper Nein, hör auf, Alter, Matti, hör auf Nein, hör auf, Alter, Matti, hör auf Wo sind die? Ja, aber mit den Wachen, die ich grad hab Ich hab ne blaue Blitzen Wenn die kommen können, dann kommen jetzt die Wichser, Alter, Digga Ey, was? Warte mal Warte mal, das ist doch nicht ganz nett, Digga Die kann ich mich bekämpfen von da hinten grad, Bro Ne, 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 Digga Der ist nicht ganz sauber grad, Digga Hundertprozentig Die sind mir auch ganz schön hinterher gepusht Ne, das hat nichts damit zu tun Ne, ich geh hoch grad zur Kiste Hier komm ich schon gar nicht hin Da komm ich ja nicht hin Ich geh da hoch, Bro Warte Wurscht mich in mein Auto, Bro Ich brauch dich Wo? Kommen wir zurück Doch nicht, doch nicht, doch Nicht bei dir, Mutti Hämter dich nach der Ecke, du Der Allerpaste Digga vom Berghaus oben, Bro Keine Platten mehr, Mutti Nein Ich glaub ich geh in den Bunker rein, Digga Hau ab, pass mal, oder? Ich weiß nicht Die Platten, Bro Wir sind alle in der Sicherheitszone Die haben schon eigene Waffen oben Ja, ja, natürlich Die kommen von der Kiste oben, die Wichser hier Ich hoffe, du hast Termin Ne, ich master dich mal Naja, ich hab keine eigene Klasse, Diggi Die kommen? Ne Ne, doch nicht, doch nicht Das ist doch nicht meine eigene, Matisse Auf hier oben, Bro Oh, noch ne Platte hier Also mal auf Floorloot hab ich bloß Du gesagt hast, ich hab kein Termin, Digga Wie soll ich Termin herkriegen, Snooki? Naja, wie letztes Mal, wie modiert hier Ja, das war Luki Ja, ja, ich bin's Ja, ja, das wär so nice Luki, Luki Die Platten hast du mal gefunden, hässlich Ab, ich hab so ne Gaskanade mitgenommen Und Termin hab ich jetzt auch, Bro Wollen wir da hoch gehen, hässlich? Hol die, hol die Ja, holen wir mal den nicht, aber Wir haben geschossen Die haben noch ein anderes Team Überall halt Schießen immer noch auf ein anderes Team Weiß nicht, ob das so geil ist mit einer Drohne Wir haben noch keine Drohne oben, oder? Ach, scheiß drauf Wollen die Gäste Ich geh aber rechts einfach, geh rechts hoch Ja, ja, ja Gute, aber die Katze überall hochklettern, hier wie so ein Affe, oder? Jo, Digga, die wissen's, ey Nee, Chris, nee, Chris, nee, Chris, nee, Chris, nee Uh, kleiner Nuttensohn, Digga, ich verpiss dich doch bitte Hm, 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 hm Woher wissen die das immer so genau? Dann fahren wir auch grad, Digga Ich hab keine Drohne mehr genau oben Und die konnten uns gar nicht sehen, von wo wir rausgelaufen sind Und da oben von der Perspektive aus Übergeben wir wahrscheinlich Sechs kills der Ehen Dieser Scheißberg, es ist immer dieser Scheißberg da oben Immer, es ist immer dieser Scheißberg, Mann Ja, Digga, alle spielen sie dieselben Verhurt und Fotzen, Waffen die ganze Zeit durch Geht entzelt und plexen Oder scheiß KGM, alter, fick dich doch, Mann Wie ein alter Mann sagen würde Hier erstmal Wasser lassen Nehmen wir mal ein bisschen Mucker Ein bisschen gute Mucke zum abgehen, Mann Da hab ich auch viel Laune kriegen Damit sich der Schwanz halt am Abend noch drehen Wo ist denn der Scheiß hier? Hier, von Hoodblocks wird neues rausgekommen Das heißt, ahu Okay Können sie mich hier für die Hucke noch Jetzt einfach mal sagen können Ahu Ich auch machen können Wiss ich, wie ich meine? So, ich weiß das nicht Ja, Mutti, ging mal geht, ne? Ja 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 Moin Ja 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, ne Lappe, ne Maserati. Yo. Ruhig dich mal ein bisschen, Matthias, Alter. Matthias, M-A-T, oder was? Oder Maddias mit D. Vielleicht die Maddi nennen einfach M-A-D-D-I. Okay, du Stück Scheiße. Nicht Spaß, Alter, Dinger. Komm, let's go. Was ist das? Affenjunge? Affenjunge? Das ist ja nie gehört, Alter. Das ist ganz was Neues. So viel ist hier heute. Ich meine, ich bin zu hässlich, ich bin zu hässlich, das ist ja keine Kunst, das weiß ich ja. Aber Affenjunge? Ich beziehe dich, Bro. Hast du schon mal was Besseres hier raus? Ja, auch ein Kloppy. Lach dann, du bist auch schon mal halb voll, Junge. Nicht schnell. Alter, nee, okay. Ich fang jetzt auch gleich mit Bier an nebenbei noch, mit meinem Weinchen hier. Ich bin hier wieder Eis, aber ich fang jetzt mit Mosel, aber ich fang jetzt richtig geil. Wie lange steht noch der Planer? Ich fang schon wieder komplettes Kollabieren an, gerade mal. Holstein, mein guter, vielen lieben Dank für deine 69 Sternebrüche, für die 69er Stellung. Wie meinst du denn, da ist kein Bock auf das Game, oder? Ich bin der Blumstall, der jetzt schwitzt sich schon wieder wie Sau, Alter. Hast du Diabetes oder Redgroßer? Das sind wir ne Jungen. Das bist du für ne Jungen. Das ist heiß, kennst du das, wenn's heiß ist, Junge. Wenn's heiß ist, hab ich einen Ständer, Alter, kann ich ja sagen, so wie es ist, Alter. Ob du, dass die Frau heiß oder das Wasser. Was hat da den Balkon auf? Alles offen. Wie würd man einen Balkon aufmachen, du kannst die Balkon-Tür öffnen? Soll ich den ganzen Balkon aufmachen, du Kloppi, Alter. Bist du so dumm, oder was, Manni, Alter? Kann es sein, dass du dumm bist, oder was? Ja, das kann sein. Ich will jetzt mal die Kuppe in die Bulwur und kippen. Die Kuppe ist nicht wirklich okay, weil die Rente nicht mehr. Da wirst du die Papa sagen, die Klauselig, aber ich komm mir noch nicht mal, du kleiner Affe. Du bist Kopfschmerz, Digga. Fickst mein ganzes Leben nicht dich kennen. Ich bin doch überall dabei, du Natte. Wollte naa sagen, aber ich wollte es nicht aussprechen. Ey, Leute, auf euch. Prost, Mutis. Auf dem Rocha, auf Kambodscha, Leute. Bisschen bessere Laune hier im Chat, Leute. Morgens Party. Hat bei mir angesagt. Von Hannes Hatzkreff bei mir zu Hause im Garten, meine Freunde. 20 Mann können kommen, alles dankbar. Bummio. Aber freut sich davon auch. Das ist so. Mhhh. Alles klar, muss ich noch nicht kommen. Ich bin da rausgeladen. Das ist nicht so laut, Junge. Es stehen wirklich 20 Leute vor. Ich kenne meine Adresse nicht, außer der komische Bimmel-Affe da, der mich da irgendwie umsen wollte, der mir Fleisch liefern wollte, der Nuttensohn. Der dachte, ich fick dich. Sag ich, ja, ja, du machst mich richtig kaputt, du. Du vollasi. Warte mal, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir, Leute. Geil, du machst das. Weiß ich grad nicht, Bro. Hier drüben, ein anderes Haus. Das Haus weiter hat schon ein paar Hits. Alter, ich würde mir irgendwie noch mal, kann ich mich bitte daran rennen, dass ich immer die Dings, wenn ich fertig mache, diese Compson, würde ich noch mal probieren. Ich hab bloß 10 Schuss, Chrissi. Ja, wo ist denn hier? Digga, auf dem Dach drauf. Sag doch halt mal, redet mal ein bisschen. Der ist über mir auf dem Dach drauf. Und keiner sagt den Ton. Noch einer, noch einer, noch einer vorne. Ich hab keine Muni mehr, Chrissi. Ich brauch jetzt deine Hilfe, Leute, Mann. Da kommt Mati. Ich hab nix, alle haben sie nix. Jetzt sterben wir hier nix habt, oder wat? Oben auf dem Dach liegt K.O. Da auf dem Dach oben. Wenn ihr die Dings unterfastert. Ich komm runter, Bro. Bro, Bro, ich rutsche in dich rein. Ich hab, ich am ab, ich am ab. Er amt ab. Und jetzt er amt ab. Der kommt. Chrissi, mach uns die Lagune, Chrissi. Digga, warum ist der auf dem Dach oben nicht angezeigt? Der kommt eben noch nicht auf uns, Digga. Jetzt gibt's nicht Hurensöhne, Mann. Hast du ihn Mati, dann sag halt was großer. Den hab ich jetzt noch hier nach oben. Da kommt einer geflogen, die ist ein Flugzeug, Alter. Wo ist einer? Was aufregen? Hier oben, oder? Ich hab doch nicht aufhören, weil man sagt, du jetzt Bescheid sagen. Das ist aufregend, wenn du sagst. Das ist aufregend, wenn du sagst, du jetzt Bescheid geben wir nicht. Ich lute immer noch hier ein bisschen weiter, Digga. Was ist mit Nikita, nämlich einfach mit Nikita? Helikopter, Bro. Marco, grüß dich, mein Lieber. Schönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid, ihr lieben Mäuse. Vielen Dank fürs Liken. Liken die Teilung. Das ist die Schnettis. Piste kommt runter. Das weiß ich auch nicht, Bro. Rechts neben dem ist ein Gegner. Da ist auch ein Helikopter auf dem Bunker drauf. Kommst du mit, Mati? Was machst du da? Ja, ich komm schon. In der Ruhe. Fahre noch, Digga. Das ist nicht. Ich mach auch drohe noch aus, Leute. Ist mir grad scheißegal. Juh, das sind die Rechte auf dem Bunker, wenn man da vorher noch kommt. Nein, ich bin so. Ich rede immer so schnell. Ich verstelle mich bestimmt nicht, Leute. Ich rede schon immer so schnell. Freikisten? Ja, ja. Hier siehst du hinten, Digga. Irgendwie so komisch. Ich warte jetzt mal die Dink spielen. Warte mal, oder? Die AX50. Ich spiele jetzt mal die Cooper, Leute und die Bullfax. Tut mir leid. Mal voraus. Einfach Bock drauf mal ein bisschen. Da riecht da sauer ein, Digga, hinter uns, ja? Da hier die... Ja, ne, sieht schlecht aus gerade. Halber? Ja? Orange. Orange, Bro. Orange. Ja, ja. Bin die auf uns, ne? Die fighten selber. Ich geh jetzt auf dir gestern. Ja genau, da fighten die. Igor, ich hab keine Platten mehr wieder, Alter. Ja, 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 ja. Ich hab keine mehr, Bro. Aber... Der Kopf geht es vor uns, aber ich glaub, da kann man nicht ran, Bro. Mein Gott, du Nutter, Alter. Wirklich Wahnsinn, Mann. Nimm alle Augen. Nimm alles, Junge. Alle eben Augen weiter rechts, Bro. Oder hier weiter rechts, glaube ich. Ja, sicher, ja? Ja, ja. Der eine hat auf mich gerade von rechts... Keine Ahnung von oben. Wir suchen doch grad selber. Knuckel. Wies nicht, wie der sie ist. Rot auf jeden Fall. Bei uns vielleicht, Chrissy. Weiß nicht genau. Jo, der ist obendrauf. Chrissy, obendrauf. Wie braucht die hier oben, Mati? Das ist immer die Swing-Stator. Ist das schon wieder dicker. Chrissy, kannst du melden? Nee, ich kann gar nichts machen. Ich mach mich für die drei vom Schiff. Ich glaubst du nix machen, wir sind so anders, Digga. Die sind alle zwei bei uns, Mati. Wir bräuchten nicht hier, Bro. Ich kann gar nichts machen. Ich hab hier immer einen Wurm hier und... Ja, aber ist doch egal. Ich bin doch in meinem Team. Rennen wir mal mit uns mit, Junge, du Assi. Ja. Pippe, Mati. Komm, komm, komm. Das bin ich, Digga. Ich bin das, Brody. Mati ist ja jetzt woanders. Ich bin ein anderes Spiel gerade. Der kommt jetzt durch hoch. Ich war doch nur Spaß. Der kommt hoch. Das kommt. Ja, was soll ich denn machen? Noch einer. Ey, komm doch jetzt mal, Mann. Bleib mal hoch, renn. Ja, aber renn doch zusammen mit uns dahin, wo wir pushen. Nicht einzeln auf dem Schiff da. Ist nicht böse gemeint, Digga. Aber ein bisschen im Team spielen, Schnuckel. Nachbind, Michael. Ach, naja. Das ist der Gulag. Überlebe, dann darfst du wieder in den Einsatz. Ach, Mensch, Leute. Aber ich liebe euch trotzdem noch. Ja, ich war die ganze Zeit hinter euch. Ich bin, wenn ihr zur Kiste gelaufen seid. Ich weiß, das weiß ich, aber trotzdem hättest du nachkommen müssen und nicht ganz woanders hinlaufen sollen, Digga. Du bist ja komplett links weg, anstatt rechts wieder zu müssen. Das Problem war, von Anfang an, du warst schon in der Kiste und dann überwand dich noch ganz da bei den Häusern. Das weiß ich ja. Aber ich hab ja gesagt, ich komm zur Kiste. Ich bin Gulagau. Ich bin Gulagau. Ich bin Gulagau. Ich bin Gulagau. Ja. Bleib zum Schaden. Du das, äh, da, da, da. Ja, willst du hier fliegen, ja? Ja, wo willst du? Willst du da wieder hin? Na, ich hätt schon den Job wegenst du erstmal vorher. So nicht so weit weg von unseren Waffen. Na los. Cut. Nein, doch. Oh. Ich geh jetzt erst mal runter, wenn du willst. Ich bin als erstes schon da. Ja, das ist halt mein Fehler. So nicht. Guck mal, hier kauf du einen wegen Battle Pass. Hier kannst du das haben. Ja, mach nur noch. Hol noch. Ach, Dicker. Ey. Hol doch einfach. Hol doch. Ja, ist mir klar, dass ich Gulagau hole. Wie denn sonst, Junge? Ja. Mensch, sag mal, bist du fertig, oder was? Das sag ich gar nicht, oder was? Das sag ich gar nicht, oder was du hast du hast. Du hast du jetzt da hohe Waffen holen. Du hast du jetzt da hohe Waffen holen. Du hast du jetzt da hohe Waffen holen. Ich wollte einfach nur so ein Battle Pass Level. Wollte höflich sein und du schreist mich an. Aber wie meine Frau immer. Wie meine Frau. Ja, hier kann man auch. Ja, hier kann man auch. Doch, natürlich kann man da hoch. Schon immer. Schon immer. Du meinst von den Kisten aus rechts, oder was? Ja. Das ist schon immer schon lange, Digga. Wir sind so auf dem Markt. Ja, aber willst du es noch sagen, Mann, ey? Schon immer, Matti. Das ist schon immer, glaube ich. Oder, Schatz, das ist schon immer. Hier, Mann. Nee, Flugzeug. Gut. Da kommt der Rest, was? Schon immer. Hier, holt dein Waffen. Ich komme doch schon immer. Hullfrock und Cooper ist mein. Alter, Steps. Das war davon hässlich, Alter. Hässlich. Ey, wir klauen jetzt hier meinen Rucksack und alles wieder weg, Mann. Ey, wo ist meine Cooper hin? Die ist weg. Nee, doch nicht hier. Ich nehme keiner mit. Die Scheiße. Wohme, Digga. Die lassen sie liegen. Aber immerhin. Wullfrock habe ich gut Kölz gemacht, oder? Die lief gut? Die Bulli. Die Bulli, Alter. Bulli, Junge. Du bist schon ein Harry. Du bist ein richter Harry, Junge. Harry Weinfurt, Digga. Du bist ein Dulli, Alter. Ja, du. Dulli, du. Dulli, du. Äh, 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 äh. Was heißt denn, Matthias? Hast du ein bisschen Mut getrunken heute, oder was, Großer? Mensch, sprich nicht mit Sie an, du Flauenfurtig, Junge. Die Fresse halten, bitte. Du bist mal ganz ruhig gerade, Großer, Alter. Fresse halten ist ja nicht. Ehrlich, ey. Volle Suse. Geht mal ein Taschentuch, dem kleinen Boy. Einen kleinen Game Boy. Jawoll, Wurfmesser wieder vom Hässlichen. Ich bin immer so, Fabi. Ich bin immer so. Wie heißt die Seite? Rechte Seite. Gerade gepostet worden. Bettiecher Privatdingi. Heißt die, Schnuckelhase. Gerade gepostet worden. Da gibt's morgen noch einen Bartblock. Ähm, haben wir einen Seider? Haben wir einen Seider nicht, oder? Ach, willst du noch so einen Auftrag machen? Äh, dann losst du noch. Ne, das war not. Aufklärung. Genau mein Ding, sagst du gerade. Genau mein Ding, ja. Genau mein Ding, Junge. Ich würde auch gerne mal einen aufklären. Jo Mensch, let's go, Dude. Let's go. Nehmen wir ganz kurz. Ich hab' einen Vorratschop. Du hast einen Vorratschop? Vorratschop, hab ich. Du hast einen Vorratschop? Okay. Ich hab' Mosel. Mösel, Möselwein. Mösel. 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 Das schmeckt so... Mösel, Mösel. 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 Mal einen kleinen Wein. Mal einen kleinen Weinabend machen mit den Supportern. Die Supportern. Die Supportern. Die Supporternin. Mal so ein Verkostungsabend. Das ist ne Maske. Gas. Nicht Gas, sondern Maske. Gas. Gas. die ton ist jetzt mit ihm kann man direkt auf den drumherum und dann kann man gammelt man kann man ein bisschen snacken wenn er wollte dann sind rucksack ich nicht was soll man jetzt machen mit dem seil fliegen oder was lassen sie hingehen oder blaue marke oder was über die liga denn laufender wenn ich die drohne haben kein ghost nämlich ein du könnt noch mal eine drohne kaufen von einem shop hier haben wir kein loadie gekommen wieder ja dann hau raus da das ding mitten auf der oben vielfläche meine liebe die kommt zu uns gelaufen hier hinter uns hier am zelt vom zelt der chillberg schieß doch mal bitte drauf bro ist doch schon markiert gewesen ich sag grad vorne gesagt hinten dann gucke ich hinten dann guckt jeder vorne ja ihr kleinen spaß diese die waren einfach aufgeteilt deshalb waren die vorne und hinter uns nein das waren die nicht vor uns kamen drei habe ich noch gesehen bevor ihr schon sagte hinter uns das sind die 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 drohne rausgehauen haben mit dem scream anzu und dann hat keiner sagt hinter uns und dann kam ein anderer tief von hinten ah ne du ne du ne du ne du ne du ich hab mir Bock drauf nie auf dieses gtf spiel da dieses horror game heute nicht mein allgemein aber okay kommt die antwort mir egal frei ich bin die unfeigerung ob du bock drauf hast du ich mach alles mit euch ja genau dann können wir auch unser spielspiel haben euch einmal gezockt von 60 euro alter und auch bock gemacht irgendwie wie hieß denn das blackout oder wie hieß denn das blackout oder wie hieß denn das blackout oder was mit mir redet keiner merkt er das mit mir will keiner reden alter keiner bleibt mit mir kommunizieren mal schrinkt ein glas wein oder bier und kommt runter alle mannen ein bisschen einnicken und ich bin zufrieden ja ich bin doch nicht alleine ist alles gut ist alles gut brauche alles aber nur ne frage alles aber nur ne frage meier nicht mann ich glaube wie gehts stark am weinen alter gehts jetzt jungen komm oh kommt jetzt nix mehr mhm ich bin auch dabei ich mache AX50 mit Marco 5 mit Scheidlämpfer wollen wir snipen? ich bin jetzt kaum mal also der normale wenn wir snipen wollen einfach nur ja sagen können ich spiel ne K ihr wollt nicht wissen was du spielst ne spaß nicht also attacke also attacke AX50 und K und Gana macht klar let's go dude komm Christi macht jetzt den push des Jahres ihr seht auch entscheiden das ist wie wenn ich zu Timmy sage Timmy darf entscheiden komm Timmy Timmy darf entscheiden was er macht heute ok Mander nicht so großem Motto das ist der Manderin ist das heute ich lass lieber Taten sprechen jawoll ja let's go das ist ne Antwort das ist ne Antwort Leute das kann man sagen das kann man sagen das ist ne gute Antwort gewesen also willst du mit mir gehen willst du willst du mit mir gehen ich hab ne Klaus Waffe ich hab zwei ich hab mp40 du hast eine Drohne gefunden bei mir hast du ja noch bei dir ich komme ich komme ich komme yo wo ist der andere Wichser du darfst bei mir rennen dieser Schweinehund bist du denn des Todes oder was Junge haben sie mit ihr denn gemacht hier ist ne mp40 liegt noch ne mp40 liegt noch ne mp40 mp40 im blau 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 mit dem batzen kohle wird einkaufen wir können einkaufen jetzt kann man nicht annehmen dann dann leck mich doch ich liebe euch ich liebe euch wenn du willst wenn du mal hier bist gar nicht wachs ich euch mal einfach nur mir schaden zuzufügen ist nur zu weh leckt mich doch die kiste kam schon kinder der jugend oder jawoll steht auf der schildkarte kommt von hinten die nutten die narzisstischen nazi nutten was jetzt wehen die überhaupt hallo was spielt man überhaupt was soll ich überhaupt zocken die ax matti bist du dabei mit karte wird eine kiste nur bei uns eine kiste nur bei uns leute dann sagt es halt so nicht so schlimm sagt er wird im kopf gilt blindes verstehen ich habe die ganze kiste seine kiste ihr blindes verstehen alles klar ja na klar wenn ich ein tauber du assi ja bin ich taug weißt du wie ich schnattere katerinchen bin nicht hier ist der treffpunkt es bin ich zu langsam ja das scheide geht zurück ich habe gerade mir umwählt du ich bin getroffen ich bin getroffen meinst du ist es der weg man push sieht anders aus let's go dudes ich hab doch grad eine drohne an ich hab jetzt egal die kommen doch ich muss ja nicht vor aber roter hält schon mal so ein bisschen in rot die sind links die kommt von links glaube ich das steht ja vorne ohne feinliche drohne bro sehen wir wie die sind doch er muss noch leben leute in deinem waschen bei welcher bei der waffe du hast aber glaube ich kein bewegungstemp oder doch bei der 48er du hast da bloß links doch ich hier diese prision aus der hüfte bin ich auch sicher aber warum kaufen habe ich jetzt gemein mit kiste gekauft ja ich habe eine kiste gekauft hat sorry guys das ist überleid passiert man beruhige dich mal ein bisschen gemacht aber aus welcher range okay ich verstehe ich bin fertig aus der range halt aus der kurzen range stecker markieren wir mal den welche karte wanger kann die worten kaufen worten cover durch das denn wissen du musst mal aussprechen mb ist für mich männlich weiblich digger was ist los mit ihr jungen mache ich habe schon anfragen kriegt wegen dreier alter haben sie mal geschrieben mbw und ich wusste nicht was hier mit meinen haben die gesagt wenn ich weiblich weiblich auf die zu ja und hier schon mal aus in der berg oh je die wissen genau wo wir stehen oder wird ich habe den anderen brau gemacht jetzt nicht wo ist der letzte digger aber ich habe ich habe ich habe alles wo sind hat die aus dahinten ich nehme ich den holen will er denkt irgendwie immer ich bin der dumme hier in der runde das ist auf den sack alter dass ich mal klauen und voll bin oder einigemal angetrunken bin über die hin beim seien hier ich werde beschossen die gar nicht helfen ja wieder krissi ich habe mich richtig jetzt bin ich wieder angesnipelt der brau rucksack vor mir ich gehe erstmal weg die pushen mich bro die sind bei dir schon close im haus ich im haus links der spose ja ok gut dass du sagst die sind bei dir chrissi bei dir close chrissi komm mann 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 jawoll du kleiner geiler spitter faus ich bummster junge wie tief euch pluff bro wir machen nicht die session let's go dude und gemacht großer oder waren sie das ich doch nicht mehr nicht keine ahnung hier ist ein rucksack noch braucht ihr noch einen rucksack noch bisschen verdient matti ich weiß natürlich auch für dich brudi die sind auch da die sind auch da die sind auch da gasmaske liegt hier noch gasmaske wo genau matti orange mittel weiter rechts als orange dicker ich guck gerade der sniper mit dem tot mann hab ich nur davon alter klaster dicki klaster komm rein da ins loch äh junge jetzt treffen sie nix mehr die wichser alter oder wat du nicht alle da rein ich komm nicht aus rechten her der fritzi der fritzi war sehr oh oh erlässt du noch oder was du hässlich der fritzi trifft nicht oder wat wenn ich jetzt tot bin ich war zu am feiern dicker ich hab keine warten mehr jetzt halt aber die fresse leg dir welche raus hier liegen noch mal welche oh mir liegen noch mal welche bro wo und spritze und rum dicker und rum ich bleib drinne er ist schon umlofen glaub ich aber auch ja ich seh ihn da hinten digga kannst du nicht machen du kannst nicht mehr snipe in dem spiel ok ich geh rum dicker noch bin ich nicht raus wir sehen uns schon vor ja der gibt mir direkt instant natchert wo 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 rechts links die schießen auf mich von dir gar nicht bei dir vorne ich kann nämlich abschießen da alter der nuttensohn junge mal die mal die jetzt kommt zu mir überlebt mich wieder ich sterbe sonst warum kann ich da irgendwo hin noch ich komm da nicht hin bro ich komm da nicht ich bin nicht böse alles gut alles gut dicker mal meine schwester ist im chat junge morgen kluge freue mich auf euch morgen meins oder was ich hab noch mal die bescheid die jetzt mutig mal bescheid sagen in grün morgen warte mal ich spreche mit ihm mal drauf kann ich nicht weil ich den knapp nicht aber da hier was hinter dir hinter den bergen du bist jetzt im gulag überlebe um erneut eingesetzt zu werden warte mal ich hab mir bescheid gesagt kämpfe dich raus um zur freund zurückzukehren gulag guys gulag gulag gut auch drauf hast du ein ich hab mein kini er steht wieder am spawnen digger er steht wieder im spawnen irgendwo da kann ich meine waffen holen ja muss ich die kiste erstmal hinter euch holen ja schlecht ich muss die kiste erstmal hinter euch siehst du deng auch noch einen lock mal her ich mach's um hoch was kommt Der Chat geht nicht. Die können mich gar nicht sehen. Pauli grüß dich. So schlank bist du auch nicht, Matti. Ist er da oben drauf oder was? Nö. Kommt zu euch hier ran, Guys. Ich fahr die jetzt um, Matti. Du fährst die um. Der war gut. Der war gut. Wir sind da oben vorne. Du kriegst den Shit-Break. Jetzt, Matti, schieß doch auf den, Matti. Der blaue Marker. Blaue Marker. 6-7, die das Shit-Break haben, Mutti. Ich sehe keinen. Du bist auch ein blindes Huhn, bist du doch, Alter. Jetzt sind Waffen und die alle weg, oder was? Ich weiß nicht, wo der snipet. Ich sehe ihn nicht mehr. Ist sowas, Matti? Ich glaube, hier drüben wurde einer weggeschossen. Hier entlang. Oder machst du das, Garner? Da ist er. Wer denn vor dir? Das sind zwei, das sind zwei. Hallo, guess. Ich hab hier. Ich muss nachladen. Kann man was kann nicht machen. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird mutter. Habe ich? Gott ab dem was für die. Oh, jawoll. Garte. Die platten, ich hab keine platten, Geist. Bucksack, nice, Digger. Er rennt noch mal durch und nimmt sich noch, oder wat, Bruder? Ne, ich paul auch noch. Ich hab für uns wer. Ne, sieben abisch. ich hab hier die das ist der bruder liebe mal die das ist ja nicht so schlimm alles gut ich bin gepumst ich jetzt die sniper widerspiele oder nicht alter wenn der fehlen ihr habt die hdr fünfer mech spiel ich dir einfach mal die runde shit happens zum seil oder was ich war dass man nicht aktualisieren gerade zuschauer leute der chat ist momentan baggy sprich ich kann eure kommentare erst wenn ich selber den aktualisiere meine schwester habe ich schon dazu geschrieben dass wir morgen gerne zum grünen kommt und selber zum grünen einladen gucken was sie sagen und platten nämlich damit sind wir wieder ich kann mich nur sagen dass du dann den bei mir sowas sind Schmeckt absolut delicious, Mäuschen. Die Gasmaske, ich seh die nicht. Die ist weg. Die ist in der Wand drinnen, Bro, ist ja richtig reulig. Kannst du mal noch das Geld rauslegen, Matti? Hol nicht raus. Die ist weg, Matti, Alter. Das kann man absicht gemacht, da nützt sich zu ärgern, glaub ich. Krissi, wieder typisch unser Krissi, wie er leibt und lebt, der Kleine. Ja komm, jetzt labert nicht so viel. Was hast denn du heute mit deinen Labern? Bist du heute angepisst oder? Bisschen Spaß am Krissi am Leben, Großer. Bist du am Leben geoppteilt, Krissi heute? Das ist einfach schwer, dass die drücken, Junge, Großer. Lass die drücken. Ja, ein Joko, oder warst ein Challenger? Ein Challenger, Alter. Und auf Krissi macht Challenges heute. Das tut halt extrem unhöflich zu Zeiten. Ah, ich hab da so Bock auf euch, Junge. Ich hab so Bock, die stammt im Grunde die... Einfach die geilste von mir, Alter. Das ist einfach Fakt, Junge. Laison, ich hab ne Sniper. Oh, warte. Digga, ich bin so schlecht, Digga. Ich kann's nicht mehr. Ich hab Sniper, Bro. Ich hab Sniper für uns. Hast du das Janne oder heißt das Janne? Wirst du glaub ich türkisch. Janne, Janne. Heide, heide, bra. Ey, Mashallah, Bruder. Warte mal, da schießen die doch irgendwo. Da hat die aufgenommen, vom Heiden. Macht den Heiden Spaß mit euch, ja. Oh, warte mal, vor mir, unten, unten. Du Idiot, Junge. Bei mir, oder? Bei mir, vor mir, unten. Schlipp weg, Chrissy. Ich fisch den Köln nicht. Von links und auf den Sack, wir kommen hier. Hier, grün. Darf ich dir den Marker von dem Ding weg, ja. Grün, 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 grün. Digga, warte mal, wie geht denn das? Die kommen bei mir, bei mir, bei mir. Die kommen bei mir, ich bin gemakert. Ihr kommt zu mir, Granate, Digga. Digga, kommt doch mal, jawoll. Komm, 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 komm. Mati, komm. Mati, geh rein, geh rein, Mati, geh rein, da. Noch einer irgendwo, auch passend. Ich decke, ich decke euch. Wer für eine Granate? Wer für eine Granate? Der kommt, der kommt, der kommt. Nee, der kommt, genau. Der ist rechts neben mir. Nee, der ist rechts neben mir. Ist auch nicht weggeflogen, du Vorsicht, Ficker. Weggeflogen. Ja, ja, auf dem Dach irgendwo, Digga. Der wirft Granaten zu mir rein. Ich geh jetzt hin, Digga, ich mach den Karo. Ich mach den Koma, Digga. Ich will den HDR gerne lernen. Schlussverkauf. Wo ist der? Irgendwo in der Garage gammelt, hundertprozentig, Leute. Hier, vor uns, vor uns. Der geht hier aufs Dach drauf. Sichtkontakt zum Ziel. Ich treffe nix mehr. Winden, 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 winden. Winden, winden, winden. Weißt du was? Der läuft da vorne, läuft der weiter? Links? Da links, ja, ja, ja. Digga, ich bin meine Schweizer einfach wieder, Digga, scheißegal, Mann. Die kann ich am besten, die kann ich am besten, die liebe ich auch. Mach ich nix Runde auch wieder, alter. Wo ist der, Grissi? Ja, weiter, weiter gelaufen, weiter. Wieder belebt, Bro, im Shop. Noch mal. Ja, da landen wir hinten bei ihren Waffen. Und jetzt da vorne ist der, hier. Hier ist der Treffpunkt. Gehen den Schild weg. Gehen den Lock vorne schon. Ne, der ist links irgendwie. Ich stehe den, ich stehe den, hab den. Oh, Digga. Irgendwie ne überlebt die Leute, links hier irgendwo. Bei Mati noch, bei Mati. Nein. Ein K. Oh, der hat noch ein Schildprojekt. Es sind noch zwei, oder was? Und jetzt wieder überlebt. Ich komme jetzt in der Fall nicht zu dir, Diggi. Oh, die Wale. Kein Blatt nicht. Was wollt ihr noch holen? Ich nehm die Wildcard noch an, Digga. Ich fliege nicht, ich nehm die Wildcard an. Ich digga jetzt, wenn wir das kriegen. Kopfgeldauftrag gefunden. Ach der Arsch, hab's mal da. Zum Seil, Chrissy, zum Seil. Zum Seil. Dein Teammitglied hat den Kapp verloren und kehrst zur Basis zurück. Haben wir irgendeinen Job, Bro? Mati? Mit dich drinnen halt, der Wichser. Händler markiert. Da ist zurück, oder? Da kriegst du Minen, oder? Ne, das sei jetzt, Digga. Händler markiert. Ne? Da schießen die unten im ersten Shop, ja? Das siehst du grad, oder? Die sind genau hier bei den Zelten. Da oben schießen die. Die können auch hinterfliegen. Rechts hinter. Da sind im Shop, der hinten markiert ist. Da fliegt auch grad irgendwas hin, Diggi. Die schießen auch da. Die schießen auch. Dann lassen sie runter einfach. Komm, ich weiß, egal. Und jetzt haben wir es auch? Ja, ich geh auf das Zelt rein, Digga. Ich muss jetzt, ey. Digga, Schwitzer. Ach Bro, bist du gar nicht mitgekommen, oder was? Ich hab gesagt, ich bleib im Grün. Aber warum? Ich hab' hier, ich hab' hier, ich hab' hier. Was sind das für Freaks grad, Diggi? Ist nicht mein Niveau. Was hat der denn auch gehabt? Ja, ne, Bodenloot-Blicksen, Digga. Gibt's gut, der Typ, Alter. War aber nicht der, der andere kommt jetzt, Digga, der Freak. Das ist richtig Controller eben gewesen, Digga, von der Entfernung, glaub' ich, Alter. War gut gemacht, der Junge, Alter. Gut gemacht, der Junge, Alter. Gut gemacht, der Junge. Aktualisiert immer in den Chat in der Zeit ein bisschen, wir sind in den Chat-Talken. schönen abend grüß dich ralf mein lieber nikolai guten abend daniel guten abend ein marker wird immer hatte nicht öffnen hier ich krieg den marken nicht mehr gott mal ich bin jetzt hier schon da ja wo ist maßel vielen dank fürs zuschauen natürlich ein schönes wochenende für jeden von euch morgen kommt doch der bett ist ja privatseite der nächste fahrradblock ich würde mich freuen wenn ihr draufstellt und viel begibt und morgen gibt es noch mal ein livestream wenn wir bei der family sind bei meinen eltern das ist das erste ganz wiederbeleben alle beide was meine mutter hat zurückgesprungen meine mutter maschine ich geh zum lodi oder ich hab angst unbedingt den seiter ich bin nicht böse ich bleibe hier bleib da digger oh digger oh neee ich würde mit dem turm ich mag ja nichts machen das ist ja bei mir ist auch einer das passiert nicht auch mal ich kann hab ich hab ich hab ich hab ich hab ich wo seid ihr wo 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 ich hab den boh ich hab den boh okay hier hast du eine schimmelfotze da oben drin das ist auf mich doch ich brauche hilfe von vor mir vor mir auf drei wo ich hingucke genau wo ich hingucke leute ich bin weiter weg geradeaus so warte manchmal geh mal gleich hier im haus drinnen geh runter im haus drinnen blaue mark am haus weiter weg noch pass auf mate seid ihr gut nein ich bin wieder nein ah da da wolla weiß ich doch nicht ich hab den rücken geschossen ich weiß nicht wann wohin dann wir bro ja von da mega fühl ich den scheiß alter fühl ich richtig hart würd mich nochmal kaufen wenn ihr bock habt und da hinkommt eventuell aber boah noch nützes ja hm 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 ich werde auch grad von allen löchern genudelt ja da sind das gleiche von uns da unten raus bei mir hinter mir über den häusern hin bis sie mich auch verschnallt überall 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 keine chance das war knapp die sind so hart bei mir halt ja die sind hart hier du wirst nicht wie mein chance gott ist hm hm im close bro so viele leute geil geil jungen schild bros alter ich würde jetzt gerne mal eine runde revert zocken ist mir scheißegal gerade ja eine revert klasse fertig machen ich weiß nicht was wahrscheinlich mache ich blicksen klasse revert blicksen oder na wohl für die rangers den ich mag aber nicht so verkehrt aber nicht marco und kgm was habe ich noch im sortiment stent stent noch mal spielen ich habe trotzdem keine chance mit stent glaube ich aber kann ich stent 36 schuss max spielen und mit fingerfertigkeit probiere ich einfach mal aus und als secondary rap händen das nehmen wir da rein gibt es irgendeine mp die ich bock drauf habe die auch ein bisschen auf range gehen hier kann auch die stoffen gewähren nämlich rein die stoffen gewähren so gut letztes gewesen auf der range hin nicht mal kino ich bock drauf einfach mal wieder easy easy naked kino hallo pass schon drauf vlk magazin nehmen wir ein fünftiger meck das langt hoch halter kraftwerk und attacke klasse fertig boys wir machen mit füllen let's go let's go dude weißt wir freuen auf die neuer orange digger digger zur frau das macht nicht mehr digger da wird heute abend alleine bänden ich weiß wie war das was wir nicht hören franke junge frank junior ich hoffe ich bin morgen noch mal zur bost zu fahren vormittag ich kann auch sein und hier sind scheiße abschicken mal gucken ob ich versprechen ja wie gesagt das klaut ja eh nicht lange wenn du das wohnen aber dienst wegschließt ist ja auch nicht reicht das auch ich komme vor samstag ja alles easy machen wir wo die ja es ist eine foren da wirst du das nicht so als sie oder was wir sind da lohnt dass man mit einer dritte vorne ist und dann nicht richtig bei euch ist das nachhaltende von der ding jetzt gibt es nicht das sind wir so wie früher früher fingerfertigkeit zack zack rein heutzutage fingerfertigkeit zack zack rein also ich war so langsam wie vorher so dass mb2 so gut wird ja digger man einfach mal wieder multiplayer irgendwie yo yo digger hab ich richtig bock drauf 4 gegen 4 oder sowas ja multiplayer vielleicht auch mal ein bisschen waffenleveln oder irgendwie parnungen oder einfach mal so zu stören ja digger so zur stimme macht schon bock wieder digger alter sonst ein bisschen tdm zum waffenleveln oder absolut bestätig scheiße ja ich geh mal ein bisschen lass mich ermutigen wir ficken die wir machen jalla bruder jalla krieg nochmal schon vier mal die dann gehts los und geht jetzt dein facebook das heißt mein facebook digger das geht allgemein nicht das facebook gerade sieg mich haben wieder Stuckyhase das liegt aber an facebook bro nabend Thorsten Stefan das hört sich gut an fast nichts anderes frankie die brille zerstört mein leben gerade drückt mir noch eine schütze ich habe nichts markiert haben wir wissen ich was genau das heißt eigentlich ich bin zufrieden ich bringe das haus hier an also das hier direkt ein rucksack gefunden und ein völkungsgewehr und noch mal alarmiert auf dem dach einfach so gelegen alter das tut richtig gut leute einfach so wir haben geld zusammenschön wir können einkaufen leute ich habe den batzen gefunden oder noch für damals gefunden ich komme gleich zum shop noch mal alarmiert für euch ich komme zum shop digger let's go das ist jaентов kann ihr englisch bräu osse lokal wie für ich rede ein bisschen deutsch super super sehr sehr genie Rainer rap woher war ja sieht ja ich bin nur imper practitioners Wir können das schaffen, Junge. Ja, wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Bob, der Meister, können wir das schaffen. Ich denke, ich bin voll dicht wahrscheinlich, Bro. Aber ich bin eigentlich ein bisschen zu drauf, Digga. Ich bin nur gut drauf. So, push nach vorne, ich hab Wunsch, oder? Digga, wir haben so viel Kohle wiedergefunden, Digga. Ja, Alter. Da geht richtig was los. Hier liegt doch irgendwas vorne. Eine Drohne nochmal, eine zweite. Ich bin im Fallschirm. Ich hab ein Shieldbreak oben mit dem Nate, Bro. Falls wir über die Gebiete haben, hat die. Verbündeter Cluster-Clack ist unterwegs. Schießen! Die nach oben ist nicht? Du sagst nichts? Ja, weiß nicht, ne? Digga, Cluster von denen, oder was war das? Nee. Oben auf dem Dach, Digga. Bei mir war das Shieldbreak der Lappen. Ich mach' ein Cluster drauf. Muss aber jetzt reingehen. Ich krieg' ein Cluster, aber obendrauf, obendrauf mal die Wünge. Der Rucksack liegt noch hier. Habe ich schon. Digga, meine Waffe ist weg. Digga, meine Waffe ist weg. Digga, was ist denn los? Das ist ein Palli. Das ist ein Palli. Das ist etwas gut. Das ist etwas gut. Digga. Amor, Amor, Amor. Yes, yes, yes. Nice. Drohne. Selbst Anami. Anami, Dude. Ich hab' den hergekriegt. Ich hab' den hergekriegt. Hä? Der war noch genockt. Ich hab' noch ein Cluster. Warte mal. Ich hab' noch eine Drohne holen, Alex. Ja, ja. Wo ist die? Okay, ich geh' runter. Oh ja. Unten an der Wand. Shieldbreak. Sehr stark. Komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich weiß nicht, wo der wieder herkommt. Keine Ahnung. Er hat die ganze Zeit dort gechillt in der Ecke. Hab' mich den Wichser, Digga. Hat wirklich gekämmt, der Dude, Digga. Ich muss sagen, Stan geht grad übel ab, Leute, Alter. Stan ist richtig gut, Mann. Die kommen da, Bro? Ich komm' runter, ich komm' runter, Bro. Wo sind die? Ich hab' dich direkt vor der Tür. Hab' ich. Ah, hat er eine Klette gegeben, oder was? Ja, ja. Ich komm' zu dir, Bro. 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 Überall, Bro. Ich komm' zu dir, Bro. Ich f*** die kannst du weg mit der Stam, Bro, Alter. Das Ding ist gut, Bro. Ich wurde ein Deck, Digga. Es juckt mich nicht, Digga. Es juckt mich nicht. ich habe gerade sagen es geht gut alter verlinkt auf mich gehen hier oben sind die hier oben sind die mit dem seil versuchen das links neben mir ich glaube ich komme zu euch hinter mir ich habe keine platten mehr wo bist du mal hier kommt die landen bei mir wo sind die wir könnten mal eine drohne kaufen platten ich gehe zum shop digger bei drone wo noch leute sind hier irgendwo ohne gekauft unter und unter uns ich sehe da kein roh Hier unten ist... Hä? Seid ihr? Geil! Ich komm! Ich komm! Dach oben, ja? Links auch noch mal abgeinnt! Das ist sogar dieser Dach, Dude! Ich hab den nicht geholt, Bro! Der ist weggelaufen, der Dude jetzt neben mir! Der war mit links, links, neben mir! Und wir gehen natürlich genau da meine Waffen weg! Das ist verkauft, Dude! Ich hab noch meine Drohne gleich raus! Drohne! Ich brauche eine Aufklärung! Die Pläte! Over you, over you! Die sind über uns! Rucksack, nimm den Rucksack, Bro! Rucksack und Gasmaske, Mati! Mati, komm, komm, komm! 2 Leute, 2 Leute, 2 Leute! 2 Leute, 2 Leute! 2 Leute, 2 Leute, 2 Leute! 2 Leute, 2 Leute, 2 Leute! 2 Leute, 2 Leute, 2 Leute! Okay, okay! Thanks, thanks, thanks! Ja, hier! Drohnen Treibstoff aufgebracht! Rückkehr zum Auftanken! Ach, Digga, mein Englischen sollte bestial nicht! Scheißegal, dann gibt es 51 Sterne, Brudi! Vielen, vielen Dank, Bro! Du, die geht's wieder besser! Du, die? Du, die? Ich bin lange eigentlich relativ gut, Schnuck, ihr Hase! Du musst überleben, überleben! Aber trotzdem noch nicht geklärt, warum! Ich gleich vor dir! Du musst bei ihr live, keiner! Du musst bei ihr live bleiben, Kussi! Du machst das, Digga, du machst das, Bro! 3 Sekunden bei mir! 2! 1! Ja, gut! Mhm! Wo waren die Kussi, denn die haben alle auf dem Dach bei dir, oder was? Wie war er denn da? Ich kann's ja nicht sagen, Bro! Ja, und komm, dann reinglauben zu dir hier vor dem gummischen Zwischengang! Da kommen zwei, zwei pushen mich! Hier ist noch einer, Matthias! Ich geh zum Links hin, zum Lodi! Da ist keiner mehr dran! Och! Ich nehm aber Gärtn raus, Bro! Ich hab die falsche Gleise ausgenommen, das ist doch Die sind alle gut drauf, Mann! Nice! Nice, Bro, komm hier! Hier, Plates, Plates, Plates! Komm hier, komm! Bro, Plates für dich! Vielen Dank! Danke! Hier, noch eine, noch eine für dich! Hier, noch eine! F***ing Idiots von welcher Seite! Egal, hier, bei mir, bei mir, bei mir! Oh, leck mich doch am Lock, Alter! Du bist am Arsch, du bist ein Arsch! Gibt's halt allein im Fernseher da unten drinne... Eigentlich ist nicht der beste Eis, kennst du Re-Room, vielleicht ein lustiges AdamTisch spielen, was er immer dran ... Von dir, hört keiner von euch? Reek Room? Reek Room? Rekord Room? Wer? Ich wär' dann mal geschrieben, R-E-C- Room, ein Game ist das! Ich bin zurück! Ich bin zurück, Mann! Geht so eine Kiste runter, da juckt mich nicht. Da ist so ein Hobbyloser in der Kiste dran. Guck dich, ich dachte, nice. Das ist immer leer. Na gut. Sieben Leute, sieben Leute, noch. Wiederbelebt, wiederbelebt. Ihr bleibt okay, oder? Doch, ich habe fünf Stück, braut, komm zu mir, ich leg dir hier raus. Nein, 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 bleib safe. Nein, nein, bleib safe. Ja, ich kann hier. Komm zu dir, Alex. Ich glaube beide links, links und links. 3000? Ja, P-Back, da. Hab Spaß, ja? Ich bekomme dich. Du bist verrückt, du bist verrückt. Danke, schön, Mann. Kann ich da auf dem Dach landen bei dir? Ja, ich weiß nicht. Kannst du, glaub ich, landen, aber mittendrin ist die Wichse. Ich komme reingepuscht. Ich hole mir die Dicke. Auf dem Dach wird jetzt einer her, Chrissy. Ich hab den K.O., Chrissy. Ich hab den K.O. im Raum oben. Ich hab den K.O. im Raum oben, der Sniper-Wichser. Jesus, Schweizer muss ich mich auch reinpacken. Ich mein Schulenglisch, mehr hab ich nicht gelernt, Bro. Dritte Klasse abjagen. Schön, dass du fragst, Dicke, ehrlich jetzt. Nicht nice, Bro. Wie gesagt, mein Englisch ist not the first same, oder hier viertes, ach. Also, yellow from the egg. Shit happens, Bro. Come from Australia. Yes. Richtige Entscheidung gewesen, Mati. Dankeschön, Brudi. Letzter Schritt für das Halb. Freig genug. Hier ist noch ein Gegner hier vor mir, Alter. Leute, Junge. Oh, ein Deutscher. Ich hab kein Dings mehr, ich hab kein Dings mehr, Leute. Ich hab kein Dings mehr. Leute, komm, 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 komm. Hilf mir doch einer, Mann. Ach, Leute. Fuck you, Mann. Komm, 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 komm. Die haben einen, komm, komm, komm. Lasst uns halt drüben, komm. Two guys. Two guys, Dicke. Two guys, okay? Entweder will ich oder die rettet wieder vorbei. Bro! Bro, dude, yeah. Yeah, you're fucking good. You are my man, Bro. You are my man. Das chill sind zwei Leute, das werden wir wohl hinkriegen. Two guys alive. Nice dude, nice. Last one, last one. Where is he? Somewhere unten. Der ist schon außerhalb. Ja, vor dir, vor dir. Yes, nice round, bro. You are my man, dude. You are my man. You can look on Facebook. Can you remind you, dude? Can you remind you, dude, next round? You play? Have you bug? Have you bugger? I gotta go and play with a friend now. Okay, no problem. Thanks for the game, bro. Have a nice day. Take care. Thank you very much. Have you bugger? Have you bugger? Have you bugger? Der Mosel kickt in Osel. Have you bugger? Der wisst doch, was ihr meint. Der sagt, er kann ein bisschen deutsch. Er wird ein bisschen was bock heißt. Und have you, weiß auch jeder. Das ist so dieses Kriegerspiel. Dieses fantastische, Freunde. Das ist mit Absicht so. Verstehst du das? Und wenn ich das will, dann will ich das auch. Okay? Alter, nee, Mann. Oh Gott, okay. Was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Der Junge, nee, der wisst doch, was ihr meint das, Junge. Ne, die Brille sitzt zu eng, gerade mein Kopf zieht mir die Luft ab, Junge. Das tut aber gut, wenn ich mich so in den Ohren kraule. Ich darf gar nicht keiner sehen, wenn der Stream sagt, ich lösche den Mariner hin, Digga. Der Stream muss ich löschen. Der war kurz sogar noch mutiert, ey. Die war keiner, was? Nein, Mann. Mir geht's gut. Alter, ich bock's in die Gäse. Da war der Mosel. Der T-Shirt so tief in den Mosel geschaut. Ich werd wild, Junge, Alter. Juck mir, das Glas ist so tief gerade. Ah, der Bruder, das Glas ist so very big, tief, du das. Ja, wenn's jeder gesagt hätte, wär's ja nur halb so lustig. Wie wenn du so aus aus. Hart und Weise, Hart und Weise, Herzen. Ach, die Art und Weise. Versuch's doch mal mit die Weise und die Art. Das ist ganz anders an, Digga. Ich seh' ich meine. Versuch's immer nur auf meine Dummheit anzuspielen. Ja, sieh's, Alter. Junge, trink doch mal schon Bier und dann bei Bier. Ich glaub, ich brauch auch nicht mehr so lange machen, Digga. Noch ein, zwei... Ja, ja. Ein, zwei Tage noch. Boah, ich spiel. Ein, zwei Tage. Gebt mir die T-Shirt da oben, Alter. Alter. Ich hab die ganze Zeit im Ventilator laufen. Der guckt zur Tür, Digga, Alter. Der guckt zur Tür, Junge. Ich werd weg, Junge, Alter. Wenn wir jetzt den Vinyl haben, den Zitterhahn, Junge. Beruhig dich mal ein bisschen hin. Ohne Scheiße, die Stank ging richtig gut ab, Leute, ja? MP40 mit Brandbunny. Ach, MP40. Mensch, du hast die Hälfte der Kürze. Mach mal Stand rein, Großer. Mach mal nicht Stand rein, Großer. Lauf dann einfach mal. Mach die mal rein. MP40 ist out, Digga. Ja, hab ich doch. Ich hab die. Ja, dann hause rein. Aber nicht so, wie ich da habe, Großer. Du musst genau so bauen, Großer. Nein. Na, überwiegen. Ja, Check, glaub ich, geht jetzt wieder, oder? Ich hab grad ja nicht so ein neues Kommentar gelesen. Ja, der Check geht wieder, Leute. Wäre doch was für ein T-Shirt. Have you Bock? Das wär echt ein gutes T-Shirt, Bro. Ich könnte ja vorne drauf machen, Hamoudis. Und hinten, have you Bock? Der kostet natürlich dann noch ein bisschen mehr, wenn zwei Drucks drauf sind. Aber ich hätte Bock drauf, Leute, auf so'n T-Shirt. Wollen wir's machen, oder was? Ich probier's mal die Tage. Vielleicht sogar morgen schon ich Zeit finde, morgen Vormittag. Das zu entwerfen. Oh, der hat mein Auge getreten sogar schon von der Session, Hamoudis, Alter. Der Chat geht wieder, Leute. Der Chat geht wieder, Leute. Let's go. Lasst mal ein paar Herzen da, Leute. Der Chat geht wieder. Juuu. Herzen. 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 Ansonsten kriegt ihr Schmerzen, Schmerz. Echt, Digga. Oh, shit, Bro. Holy Crap. Digga, was? Digga, drei verschiedene Teams hier, oder wat, Junge? Das ist ein Lauterbach. Du bist Deutscher, Bro, oder was? Das ist ein Lauterbach. Du bist Deutscher, Bro, oder was? Kannst du mit einem Snacken, Alter? Mit einem Snacken, Alter. Mit einem Plattenkisten, Plattenkisten. Markierte Moody's. Ja, Lauterbach, kannst du mich hören, Bro? Mal gehen da. Ich muss sagen, Lauterbach redet der? Ich hab jetzt ganz was gehört. Ich hab jetzt ganz was gehört. Ich hab jetzt ganz was gehört. Ich hab nicht, Alter. Ich hab nicht, Digga, wir sind ganz normal Deutsche Breaks. Also, ich bin hässlich. Sorry, Digga. Da sind wir nach rechts. Äh, nach links. Da sind wir draufstürmen. Da, komm, Bro. Die Plattenkisten hab ich gedroppt, Diggi. Nochmal zum dritten Mal. Ist markiert, Digga. Bist du fette oder hässlich, Alter? Ich hab noch Kapit. Kapitverlust. Ey, fickt mich einfach. Komm, Brodi. Unter uns hässlich. Unter uns, Bro. Digga, ich fick, Digga. Die vierte Kirche. Ich bin ja jetzt. Da ist eine Maske. 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 Was machst du denn? Wo ist er denn? Ich hab hier eine Maske raus. Hier, Bro. Von oben. Händler. Bei mir, Krissi. Bei mir, Krissi. Ach, Mann. Ey, ich hab keine Muni. Ich glaub's nur auf den Kopf, Junge. Fett Kopf, Alter. Ja, ein T-Shirt. So, komm ich da. Mach mal was. Komm, Großer. Mach's so gut bis jetzt. Bist ein guter. Versuch mal ein bisschen links-rechts-Kombo. Großer. Wie ich so gezeigt hab' damals. Kaldera. Lauterbach. Guck dir den Namen bei den Dude an. Ist echt nicht schlecht. Kaldera. Heier euch grad, Junge. Etwas. Legg auf'n Dach. Krieg ich hier unter mir auf'n Dach. Ich bin jetzt nicht. Lauterbach. Digga, was ist denn da ist. Bringt den weg, der Slow, den Nuttenbengel. Oh, Lauterbach. Geht das eigentlich wieder nicht. Advention noch mal. Ich glaub' ich geht wieder. Ich fass endlich. Doch nicht, der Fett. Geht doch nicht, Leute. Geht nicht. Geht nicht, der Fett. Schade, Alter. Ich bin Friedenfreude wieder. Wie Chrissi gesagt hat. Einen Bock drauf, Bro. Oh. Dass dich noch keiner mit so ner Jacke abgeholt hat, Alex. Die bring' ich dir auf. Oh, so eine. Hinten die Jacke, Digga. Oh, hinten die Arme sind ja schon zweimal an, Digga. Hahaha. Die müssen zweimal hier eben die scheiß Jacke. Die Jacke hab' ich schon durchgerissen, Alter. Habe ich wieder aufgefriebelt, das Ding mit meinem bloßen Mund, Leute. Wer ist denn da? Oh, ja, oh. Was seid denn hier eigentlich da? Geht da irgendwas bei euch? Gibt's da irgendwas umsonse halt? Oh, mir sind die Kiste über mich. Oh, Digga, der ist richtig los bei dir. Oh, Digga, mach mal die Do-Konny. Drohne ist aktiv. Gut. Bei mir kommt der noch. Feindliche Drohne ist aktiv. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Drei Leute, Digga. Jo, drei Leute vor mir, ihr Huren, Alter. Digga, was ist los für euch? Habt ihr eine Hand durchs Arm, oder der Land? Ja, ne. Nach der Runde mit der Offline nach der Runde, glaube ich, Leute. Boah, wartet schon ein bisschen. Quickie, Quickie. Ja, ja, mach das. Ja, ja, Mario. Verlieb' ich euch trotzdem. Jawoll! Die KG ist schon einer an die Kiste, klar. Wie bitte? Die KG ist echt ein Geil. Ein richtiges Brett. Sag ich der, Digga. Ja, Schnuckel, das wird die ein Mist, das ist. Mit diesem ZV und die geht schon. Ja, das ist ein Stromgewirr. Verdienen wir bis nicht. Aber der hat so scheißegal, Bro. Geht ihr clear? Hab ich gerne runter? Hier, hier, hier. Hier, hier, hier. Live-Marker, Leute. Ich brauch' euch. Das ist low, Mann. So, hab' ich jeden low. Ja, hab' ich nicht begonnen. Ich hab' noch eine Kaule begonnen. Ich bin noch da. Ja, hab' ich nicht begonnen. Ach, was jetzt ist denn los bei dir? Du wittig, Digga. Ich will da mal ein bisschen packen, Alter. Ich will da mal ein bisschen backen, Alter. Bist du unten? Ich komme mal. Ja, ich lieg safe an. Du bist da so ein bisschen anders, du bist da so ein bisschen intelligenter. Ich bin immer gleich der Erste, der zu dir läuft. Und du bist erstmal so einer, du musst das mal gucken. Und dem machst du erstmal ein paar Kills und Dudels. Ja, aber trotzdem bist du wie du bist, Chrissy. Da wollte ich nicht voll übeln kann man. Ich habe zwei Schüsse in meinem Sturmgewehr, Bro. Ja, lauf mal hier durch. Hier, wir sind Gegner. Ich muss da eingreifen, Chrissy. Da geht's richtig rund, Bro. Ach, Junge, wie sie zu dritt aneinander kleben, Mann. Ey, zu dritt, ihr seid so nubes, Alter, Mann. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja. Ey, zu dritt, ihr seid so nubes, Alter, Mann. Ist ja, ist ja, ist ja, ist ja. Ist ja, ist ja, ist ja. Wie schlecht. Ich krieg keine Kills mehr, ich hörte sie nach. Die ganze Zeit nur Damage, 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 Damage. Fack ich da recht ab. Bleib wachsam. Ein fäussliches Team verfolgt deine Position. Ich hab' dich da nicht angeschossen. Sag doch mal ruhige Lerchen, du bist ein Lerchen. Du seid die ja nicht alle. Sind so anders. Das Ding aktiviert da oben, Digga. Meine Güte, ihr habt so keine Hobbys dran. Ich glaub' ich geh' nicht raus. Wollen wir mal einen Treffpunkt machen? Oder hat man einen Alten rumrennen? Ich hab' den dicken, hab' den dicken Schwanz gerade an der Manier bei euch. Ich geh' ich hab' Platten für dich, Mati. Komm' einfach her. Komm' her, hier. Das ist doch ein Brudy, der sich allein hat. Du läufst einfach weiter. Komm' her, hier. Komm' her, hier. Das low, he's low, he's low. Ja, Chrissi. Was soll ich machen? Chili cheese? Das ist doch ein Michel, oder? Das ist doch ein Michel, oder? Das ist doch ein Michel, oder? Das ist doch ein Michel. Da kommt mir eine Hilfe? Komm' mir eine Hilfe, oder? Nö. Sind doch alle grässlich hässlich heute. Leid wie du bist, deswegen fallen wir ja alle ein Sympathes. Das ist doch ein lustiger Assi. Das nehme ich an. Du bist doch nicht die Scheiße ab, Mann, ihr Assi-Jungs, ey. Assi-Jungs? Ey, du bist echt sympathisch. Wir kommen auf einer Ebene. Komm' rein, keiner. Wir kommen bei den Dumm. Scheiße, Mann. Jawoll, Alter. Natürlich, Digi. Mega. Du bist echt so gut. Wie machst du das? Hahaha. Hahaha. Was ist die Uwe jetzt doch scheiße, Alter? Jo, also. Na ja, am Nahkampf. Was machst du da? Machst du nix. Ja, ja. Früher drauf als Hermann. Bauch hat er recht. Wie lange? 2.000 Minuten, Digga. Erstmal leiser, Matthias. Wie Stoß extrem. Trupp mit Glitz. Tinken. Hahaha. Das schreit immer nach dem Gin-Abend, Jungen. Lauterbach, hörst du uns nicht immer noch die Gutsche auf? Lauterbach. Lass mich das als Loder-Loderbach. Lass mich das als Loder-Loderbach. Lass mich weg. Hast du n'n Spitzname? Wie soll ich die nennen? Lauti? Mach mal lauter. Lauter oder was? Oder wie ist dein Spitzname, Boy? Boy. Zeig mal vor mir. Carly? Carly Braun? Hahaha. Wie heißt du, Junge, Alter? Das ist bei mir, oder? Das ist komplett rot. Bist du ein bisschen jünger? Du bist ganz mit uns Spieken. Spieken ist ass. Direkt vorerst zwölf. Oh, ich, der Gegner vor mir, Junge. Was macht denn er da, du hinterlüssige Bitch, Junge? Oh, oh. Wäre bei mir. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ich brauche Hilfe. Lauter mach. Komm doch mal ein bisschen. Schick mal die Regierung vor, Rosa. Du musst mir was einstecken. Wie ist denn los, Alter? Können die um mit mir talken? Oh, Alter. Springen die andere Sprache hier. Hab ich gerade Jingle? Michael, du kommst ja nicht. Ich hab ja erst mal müssen mal. So Gin-Arm da. Du bist irgendwie immer beschäftigt mit anderen Dingen. Ich bin ja schon so gehypt, deswegen, wirst du? Ich hab den Hausarzt verschreiben. Kein Ding, die... Okay, Bro. Okay. Ja, ja. Das ist okay. Ach, die machen wir jetzt keinen Scheiß, Bro. Du bist der letzte Wichser hier in der Runde. Letzte Assi. Unter dir? Weiter so. Mhm. Für die Kunden, Bro. Drei. 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 Eins. Los. Alter. Dr. Medrasen, Alter. Dr. Medrasen. Dr. Medrasen. Juck mich nicht, Alter. Das ist der beste Name. Das ist absolut Programm, Digga. Dr. Medrasen. Ich fahr weg. Unter mir hier. Bastis. Ich glaub, der ist sogar low, der Dude, Alter. Hab mich oben, hab mich oben, hab mich oben. Alles frei. Nee, nee, da kommt mal einer, glaub ich. Ich hab irgendwas gehört, Bro. Jo, der ist vor mir. Der ist vor mir hier. Komm mal runter, oder? Krassi, komm, komm, komm. Ey, dich. Hab ein Klima hier. Hast du den, Krassi? Hab ich, ja. Da, das Ding. Das Ding ist jetzt hier. Rucksack ist noch hier, Digga. Ein Wharf-Shop. Das Gas ist hier auf der... Ja, weiß ich nicht. Sieht nicht so aus, Bro. Oh, ich wurde angesnipet. Ein... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ohne Wharf-Shop, Bro. Hast du eine Drohne Gold? An dem Ding? Ich hab... Nee, nee. Kann ich hier nicht mehr wiederbeleben, Bro. Ja, hol dir selbst so eine Wharf-Shop. Du kommst ja eh nicht mehr an dem Shop. Okay, dann hol ich mir so eine Drohne. Ach so eine Platte jetzt nicht? Du hast sieben Stück, Digga. Ja, ja. Unter uns, Bro. Wir suchen nach feindlichen Positionen. Wir haben ein Haus drin, Digga, oder? Oh, Digga. Nicht kicken. Komm, ich schieß mich von oben ab, Junge. Ich komm runter, Chris. Ich weiß, wie ich runterkomme, Bro. Ich weiß nicht, wie ich runterkomme, Diggi. Schau ein bisschen. Ich hab eine Gasmaske. Ich muss vorher heilen. Ach, ich komm einfach zu dir jetzt. Scheißegal. Ich komme nicht rund, Digga, Digga. Jawoll, Junge. Das ist alleine, Hissi heute, Junge. 14 Jahre Hässlichkeit. Das muss vereint werden. Das muss... Digga, ich hab so ein bisschen IQ im... Oh. Ich muss raus. Ich muss mich heilen. Du hast eine Munnigkisse, Chris, Bro. Du hast eine Munnigkisse. Du musst auch alles nachladen. Was nehmen? Und ich gehst du link, das nicht. Beide Teams noch und 5 Meter. Den Rucksack und eine Gasmaske. Und zack! Und der hat keine Platz in der Hand. Hihihiihi. Ich ne, für ne Waffe hier. Ich mach mich mit, hier Junge. Da war noch eine Mine rein. Naja, die... Oh, Bro, Bro. Ja, ich glaub hinten hoch. Ja, ja. Komm jetzt komm jetzt her. Ich komm jetzt hin. Ich komm jetzt hin. Ich komm jetzt schon mit, Chris. Ich werde jetzt durch die Mine laufen, Digga, weil die Juggis sind wahrscheinlich. Oh, ich hab einen K.O. Warte mal, den muss ich mir holen. Das ist Dr. Mithrasen. Dann hab ich K.O. Digga. Und du bist jetzt tot, Junge. Ein Deutscher gewesen, Bro. Einer noch, einer noch. Mach mal, Chrissi, komm. Chrissi, komm, wir machen mal jetzt, Bro. Was mach ich denn eigentlich gar nicht? Ich bin im Gassian-Zeit, Digga. Ist egal. Du bist so ein bisschen, weil ich sensibel bin. Vor mir ist der Dude, Diggi, oben drin. Ich brauch dir eine Hilfe, Chrissi. Ja, hab ich, hab ich Bratan, Digga. Chili-Cheese nochmal. Diggi-Dudes, ihr wart gut, Bro. Aber wir waren besser. Schau. Tut mir leid, Leute. Aber ey, GG. Hab euch alle. Ihr seid echt deutsche, geile, sympathische. Egal welchen, natürlich liebe alle Menschen. Alle Menschen lieben uns. Der Helikoppt nimmt leider nur noch uns mit, Leute. Ihr müsst also im Gast bleiben, ja. Wenn man mir zeigen kann, ich muss morgen noch mal mit Karl Lauterbach telefonieren, holen wir euch morgen ab von der Insel. So, dann war es die letzte Runde. Einen Namen, Sandra. Das andere bist du's? Hallo, Achtung. Ich hab mich hier gewohnt. Ich hab nicht immer weiß genau, was losgibt. Ich hab nicht mehr völlig fertig bin, Alter. Spaß muss sein, Schatz. Ich komme jetzt. Ja, das war letzte Runde, Hase. Kannst du dich schon mal freimachen? Nicht Spaß, Diggi. Ich Spaß, Diggi, Alter. Das darfst du nicht. Alter, Junge. Wir werden jetzt auf jeden Fall auf dem Hof gehen. Und eins zum Morgen. GG, Bro. Karl Lauterbach. Ja, wie jung du bist oder alt du bist, du warst auf jeden Fall klasse. GG, Dudes. GG. Okay. Diese Grüße an die Mosel. Das muss sein, Hase. Ich hab ja letzte Runde heute, Hase. Letzte Runde, ich bin jetzt für dich da, Baby. Das war ja mein Kollege. Natürlich war sein Kollege. Die Gin freue ich natürlich. Heute bist du gut drauf. Heute bin ich gut drauf. Wie das wohl liegt? Andi Mosel. Nämlich ne neue Freundin von mir, die heißt Mosel. Die nehme ich immer Mars. Leute, vielen Dank für die Runden. Guck mal. Zwei Runden Wiebert oder was? Zwei Runden Wiebert und den gewonnen oder was? Drei. Drei Runden. Du musst ja nicht alles von uns hauen, Alter. Dann haben wir mal die Schnauzeile. Ja, die kriegt gerade. Eine Runde, drei Sieger. Ist doch aber okay oder was, Digga? Einer Runde. Dann gehen wir uns zusammen. Achso, nächste Woche. Oh, okay. Das tut weh. Trotzdem zwischendurch mal melden, wenn du willst, Digga. Mal Fotos schicken wir da zusammen. Machen wir so. Ja, wir hören uns jetzt eben. Übernächste Woche. Übernächste Woche machen wir. Ja. I love you guys. I love you guys. I love you guys. I love you guys. Okay? Also Leute, für euch natürlich alle nochmal... Guck mal hier auf die Kamera. Für euch alle nochmal einen schönen... Also ich komme ja dumm, wenn ich da rein gucke. Wir gucken aber hier wieder rein. Für euch alle ein schönes Wochenende, ihr Lieben. Habt ein paar schöne Tage. Genießt das geile Wetter. Und klar, man regnet bei uns. Aber ist egal. Ihr habt es ja gehört. Morgen geht es für mich und meine Familie. Zu meinen Eltern. Ein bisschen grün. Meine Schwester, Herz kommt morgen auch. Mein Bruder wird wahrscheinlich wieder irgendwo unterwegs sein. Ich werde morgen vielleicht mal kurz live gehen. Auf jeden Fall gibt es morgen Vormittag. Lade ich das Fahrrad-Video hoch. Unser Fahrrad-Vlog-Video. Ist bloß ein Testvideo gewesen. Ich lade es trotzdem hoch. Und könnt ihr auch bei Teacher Privat gerne sehen. Wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten wie gesagt, bleibt gesund. Passt euch auf. Habt euch liebe Süßen. Schönen Sonntag, ihr Hübschen. Einen dicken Schwarzer. Schön, dass ihr da wart. Schönen Abend noch. Klaft wieder gut. Und das nächste Jahr, Moody's. Haut rein, alle Mann. Vanessa. Auch noch schönen Abend. Nadinchen auch. Der Rest der Familie. Auch schönes Wochenende. Mein kleiner Schnuckelputzi. Natürlich mache ich das. Wo die Frau ist im Chat. Kannst du selber bestellen. Mella auch ein schönes Wochenende. Schönen Abend noch Alexandra. Vielen Dank an deinen Freund auch. Florian und die Familie. Und der Rest natürlich der ganzen Family bei uns. Bei Teacher Army. Bei Teacher Family. No Community, Leute. Wir sind eine Familie. Keine Community, okay? Das Wort zum Friday. Mosel. Mosel. Wir trinken noch mal hier. Der Finger muss abstehen. Der kleine Finger muss abstehen. Ich rede immer so schnell. Kein Problem. Nadinchen. 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 Genau deswegen feucht dahin liegen futtern. Du kennst mich. Futter. Das ist mir gerade echt ein bisschen angenehm. Die Brille spiegelt echt. Die Brille spielt wirklich ein bisschen beschissen. Da sehe ich aus dem Maul. Oh man. Du kannst selber machen. Sandra sagt Karlunderbach. Sag bitte nacht. Ach Fabian. Das hast du mein lieber. Gute Nacht. Und GG Hamoudi Digga. Vielen Dank fürs Reinkommen im Stream. Mein guter. Wie gesagt. Ich und Frauchen genießen jetzt den Abend. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Schönen Wochenende. Schöne Nacht. Aber ich lieb. Bis Sonntag 10 Uhr live im Stream Hamoudis. Haut rein. Morgen Vormittag kommt der Stream. Äh nicht der Stream. Das Video von Bad Teacher Private. Also abonniert auch die andere Seite von mir eine Bock drauf habt. Morgen Vormittag 10, 11 Uhr lade ich das Video hoch. Und dann gehen wir morgen von wieder auch noch mal über die Seite Bad Teacher Privat nochmal live. Leute. Also lasst mich überraschen. Haut rein. Bis morgen. Ciao, ciao guys.